Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Weepstar-Podcast mit mir, Oru und Ontan. Was geht ab? Und Nic. Was geht ab? Falls ihr bemerken solltet, dass die Audio vielleicht anders ist als sonst, das liegt daran, dass Nic und ich diesmal nebeneinander sitzen, aber im Bestfall merkt ihr einfach gar nichts davon. Und ich dachte mir, da wir uns nicht auf so ein richtig festes Folgenthema einigen konnten, ich stelle einfach mal eine Frage in den Raum und dadurch wird sich dann bestimmt ein lustiges Gespräch zwischen uns dreien ergeben. Warte erstmal, du hast jetzt gerade den Raum geworfen, dass du hier bist. Erzähl mal. Ah ja, ich bin hier. Ja, also du bist bei mir gerade. In Köln. Ja, was machst du hier? Ja, ich wollte eigentlich den Oberserk Band 41 vorbeibringen. Stimmt, das hast du schon gemacht. Der steht schon im Regal. Da wollte ich mich wieder verpissen. Da hast du gesagt, hier nimm noch MPD Psycho 3 mit. Und das war der Tausch. Dafür fährt man halt mal einfach drei Stunden nach Köln. Danke auf jeden Fall, Mann. Ja, ich danke dir. Nein, wir zocken Zelda. Wir zocken nämlich nach diesem Podcast. Hoffentlich, so Gott will, endlich Zelda. Und jetzt aber meine Frage. Ihr lest alle aktuell Manga, die vielleicht weekly erscheinen oder ihr lest gerade irgendwas, was älter ist oder so. Was ist von den Sachen, die ihr aktuell lest, eure absolute Lieblingslizenz und was findet ihr scheiße und warum lest ihr es dann überhaupt? Nick, fang nur an. Ey, dann fang ich an. Pass auf. Also was ich richtig scheiße finde und was ich lese, das ist gar kein Sinn. Ja, man will sagen. Nein, ist tatsächlich Boruto. Ja, ich wusste nämlich, dass das passiert. Ich wusste, einer wird das sagen. Weil das Ding ist, ich hab mir auch wieder den neuen Band geholt. Ja, warum? Das kann ich dir selbst nicht genau sagen. Das Ding ist, was ich weiß bei Boruto ist, dass ich mir den Anime auf jeden Fall nicht anguck. Das heißt, es bleibt nur noch der Manga übrig, wegen den ganzen Fillerfolgen und so weiter. Und der Manga hat ja an sich schon coole Inhalte, aber die sind halt so begrenzt, dass man es eigentlich nicht worth ist. So, aber jetzt hab ich da schon 17 Bände oder so. Ja, aber, also guck mal, du hast keinen Kamin, wo du manchmal so holst oder so, ne? Ne, das mach ich nicht, das ist mir zu heilig. Dafür gibt's viel zu Leute, da könnte ich irgendwem nicht schreiben. Ich muss jetzt an Ontance eines Thumbnail auf YouTube denken, wo er in der Sprechblase einfach ich fick Boruto reingeschrieben hat. Guck mal, das Ding ist, bei Boruto muss ich ganz ehrlich sagen, das hat viele Fehler und das ist by far echt keine gute... Es geht halt nicht so geil ab, nicht ansatzweise wie bei Naruto, aber ich mag halt das ganze Universum so, wenn man das so sagen kann. Also das Setting und die Leute und es war einfach richtig cool, so ein paar OGs wiederzusehen. Das hat mich am Anfang dabei gehalten und dann am Ende, oder in der Mitte, gab es halt ein paar krasse Plot-Twists so, auch was Naruto anging. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen gebatet, aber im Endeffekt hast du dich da so durchgeschlagen, um dann am Ende wieder zu sagen, okay, ich kaufe jetzt den neuen Band dann doch. Ich habe aber was ähnliches, weil ich kaufe mir immer den aktuellen Dragon Ball Superband und ich lese es nicht mehr. Ja, es ist das gleiche für mich. Es ist einfach nur fürs Regal, weil ich Dragon Ball liebe. Das habe ich diesen Monat zum Beispiel nicht gemacht, weil ich es dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Aber du hast ja noch gefragt, also es gibt ja noch eine Reihe... Aber ich finde die Frage eigentlich viel geiler, was wir lesen, obwohl wir es scheiße finden. Da ist es scheißegal, was wir gut finden. Das ist doch viel lustiger, was wir lesen, obwohl wir es scheiße finden. Okay, dann lass uns nur über Manga heute reden. Lass uns nur über Manga reden, die wir scheiße finden und trotzdem lesen. Oh, safe. Geil. Auch heftiges Thema eigentlich. Also erstmal, wieso liest man überhaupt was, was man scheiße findet? Ich habe da Bock drauf. Also, Anton, weißt du gerade was, was du richtig scheiße findest, aber trotzdem liest regelmäßig? Ja, Black Clover ist richtig scheiße. Ich sehe so in Nicks Regal einfach so lauter Black Clover. Nein, zwölf, Bro. Davon gibt es irgendwie 40 oder sowas. Ja, aber warum läuft der so lang? Wurde ja noch nicht geäxt. Ja, okay. Ey, also Black Clover ist nicht scheiße. Black Clover ist ganz okay. Ist ein normal guter Shonen, sag ich mal. Also so Shonen-Jump-Durchschnitt, würde ich sagen. Aber keine Ahnung, Digga, wenn du 50.000 Shonen schon gelesen hast, was willst du dann mit dem gleichen Scheiß nochmal? Weil es hat nicht eine Sache, die es besonders macht halt. Nicht eine einzige. Ich bringe jetzt so einen Hot-Take, ne? Aber ich glaube, dass sowas wie Black Clover oder Boruto oder so einen nur so abfuckt, weil dann die Community noch mit dazu abfuckt. Die das noch verteidigen und schönreden. Bei Boruto safe. Bei Black Clover würde ich nicht sagen, bei Boruto auf jeden Fall. Weil Boruto-Community ist Katastrophe, Bro. Egal, wie die alle so tun, als wäre der Plot-Tist der Beste in ganz Animanga, der jetzt zuletzt kam. Das ist ja einfach absurd. Nein, guck mal, das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage, ganz eine einfache Referenz wie, ja, Yuji aus Jujutsu Kaisen hatte am Anfang keine Ability. Oh, was? Der ist ja genauso wie der aus Black Clover. Wo ich mir denke, nein, der ist nicht wie Black Clover, Bro. Ja, Digga. Das ist, wenn man versucht, seine Show irgendwie noch in den Licht zu bringen. Es gibt diese Gen von Anime-Fans, da existieren nur fünf Werke. Das sind Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball und vielleicht Attack on Titan. Und diese Menschen, Digga, die sind so engstirnig, Bro. Den hier Tellerrand, Alter, da wurde noch nie drüber geschaut, Mann. Der wurde noch nicht mal angekleckert. Und das sind genau diese Leute, weißt? Das ist so, egal, über was du redest, Digga, die müssen jeden Scheiß auf ihren Scheiß ummünzen und schlecht gegen ihren Scheiß machen. Das ist so dieses typische irgendwie, dieses typische, du bist ein Mainstream-Anime-Fan, aber denkst, du bist der heftigste Motherfucker überhaupt, weil du tausend Folgen One Piece geschaut hast. Ja, das ist diese... Ey, aber auf diese Frage jetzt mal, oder auf diese Aussage hin, was würdet ihr sagen, von den aktuellen Shows, die so laufen, oder meinetwegen auch welche, die schon alt sind, welches hat die wackste Fanbase? Boah, geile Frage, Mann. Da hab ich leider einen zu krassen Hot-Take. Also, wenn du jetzt sagst, bei Serk-Tigger, ich werd dich einfach boxen. Nein, 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 nein. Weil die ja alle nett sind, deswegen, wieso solltest du das sagen? Aber du hast gesagt, es ist ein Hot-Take, also hab ich mir was Absurdes vorgestellt. Die Leute, die sagen, Grimms hat nichts falsch gemacht. Ja, Ace. Die schöne Show-Laut. Ähm, ja, Sack. Äh, Attack on Titan. Nee, das ist doch kein Hot-Take. Die sind alle einfach absurde Huren-Söhne an dieser Stelle. Jeder von euch. Ich liebe eure Show. Attack on Titan ist einfach goated, aber ihr geht mir so krass auf die Eier, Digga. Also, es ist unmöglich, Attack on Titan-Anime-aktuell zu sein, ohne dass man schon vor drei Jahren das Ende gespoilert gekriegt hat. Bro, jetzt hast du gerade die minus tausend monatliche Zuschauer-Zuhörer gekriegt. Nein, du bist doch dabei. Das höre ich wieder raus. Jetzt bin ich nicht im Titel. Aber genau deswegen hab ich... Also, ich hab wenig Probleme mit der Attack on Titan-Fanbase. Ich versteh's voll. Das mit den Spoilern war Katastrophe. Das war noch nie so schlimm wie da. Aber ich war halt immer Manga-aktuell. Deswegen war's für mich immer voll egal. Weißt du, manchmal... Manchmal fuckt eine Community einen mehr ab als eine andere, weil die einen mehr betrifft. Weil man gerade besondere Takes hat oder gerade an einer bestimmten Stelle ist oder so. Ich hatte nie so Probleme mit der Attack on Titan-Fanbase, muss ich ehrlich sagen. Aber welche fuck dich denn am meisten ab? Bro, für mich sind mit Abstand die schlimmsten One Piece und Naruto. Das sind die beschissensten Fanbases aller Zeiten, find ich. Weißt du, wer aber langsam auf dieses Level kommt? Zumindest bei mir im TikTok. Die Bleach-Leute, Digga. Ja, die sind die in letzter Zeit doch. Ey, Digga, wenn du irgendwas... Sag mal, mach mal eine Top-Unterliste. Hau mal Griffith auf die Eins. Und du wirst immer in die Kommentare kriegen mit Eisen-Fick-Griffith. Digga. Die fucken... Also, zur Zeit fucken die auch am meisten ab, würd ich sagen. Das war so... Krass. Ich schwör, wo ich Bleach angefangen hab, gell. Das war so ein Jahr vor dem Anime-Comeback, glaub ich. Und Digga, Bleach-Community war voll geil, Bro. Ich schwör, das war voll chillig, Mann. Alle Kommentare und so. Immer wenn ich Bleach-Videos gemacht hab, ich hab die Leute voll gefeiert. Das war so gar nicht wie Naruto und One Piece. Dann kam der Anime zurück, Digga. Und jetzt sind die alle hängen geblieben geworden. Nicht alle, aber die meisten halt. Die haben Eier gekriegt. Die denken so, die denken, äh, Leute kennen unsere Show, jetzt können wir auch mal Penner werden. Und genau mit den gleichen Argumenten, mit denen die Naruto-Fans auch abfacken und so. Weißt du, wieder genau der gleiche Scheiß, Alter. Ja, ist auch so. Alles ist von Dings geklaut, äh, bla bla bla. Bester Antagonist aller Zeiten und so. Ey, wisst ihr, was da meine Theorie ist so? Das machen die einfach nur aus so Selbstschutz. Weil die wollen sich auch auf gar keinen Fall eingestehen, dass ihre Kindheit, die da mit diesem Anime komplett geprägt war, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit etwas zu ersetzen ist. Das ist so ein bisschen so ein Hilferuf, so. Ey, ich klammer mich so krass an diesen einen Showen, weil der hat mich richtig überzeugt und hat eine krasse Zeit in mir geprägt. Und das ist ja auch wunderbar, ne? Ich freue mich ja, wenn Leute so ein Anime enjoyen konnten und der irgendwie eine Zeit geprägt hat. Aber zu sagen, der ist halt der Beste. Ja, vielleicht ist er für dich der Beste, aber es ergibt halt Sinn, auch ein bisschen objektiver zu denken bei vielen Dingen. Ich glaube, die Bleach-Leute haben vor allem Probleme damit, dass ihre Show in dem Big Three immer so ein bisschen das schwarze Schaf war. Also es ist schon immer so die Show von dem Big Three, die am wenigsten Aufmerksamkeit gekriegt hat und über die man am wenigsten geredet hat. Aber was würdest du denn sagen, warum verteidigt man denn überhaupt so einen Art schonen? Warum sagt man, also warum... Ich habe ja Bleach schon nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, warum man es verteidigt hat. Also ich sage, der Hauptgrund ist, dass Leute haben begrenzt Zeit und in der Regel ist das ja eine Gegenreaktion. Der Grund, warum ich so ein krass Problem habe mit den Big Three Communities, ist, weil ich Sachen zum Beispiel geil finde, wie zum Beispiel Chainsaw Man oder so. Und dann erzeugst du ja quasi diese Leute, diese Kommentare und so. Und ich glaube, dass diese Leute einfach nur keinen Bock haben, sich auf was Neues einzulassen. Und dann redest du das Neue quasi schlecht, damit du es nicht machen musst oder so. Weißt du, wie ich meine? Wenn du dein ganzes Leben lang über eine Scheiße redest und so, denkst du dir, hä, was soll ich jetzt nochmal 30 Bände von irgendwas anderem lesen oder so. Das ist so eng störe nicht einfach, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Hast du ja auch andersrum bestimmt genauso, weißt du? Dass New-Gen-Fans sich denken, kein Bock auf den alten Scheiß und so. Ist bestimmt outdated und so. Was ja oft der Fall ist, aber oft halt auch nicht. Ja, was, was, also, die One-Piece-Fan-Mace ist immer ganz vorne mit dabei. Und was ich bei der einfach so delusional finde, ist, wie oft die eigentlich, also, komplett absurd sind, ne? Zum Beispiel, jeder kann objektiv, reasonable begründen, warum der Anime nicht geil ist, ne? Pacing von, äh, zwei Seiten gefühlt pro Folge inzwischen, so, ne? Und die kommen dann ernsthaft immer mit so Kommentaren wie, ein echter Fan zieht sich alles rein und skippt nichts. Oder, äh, ein echter Fan guckt die Anime-Folgen und enjoyt es und so. Und ich denk mir dann, Digga, die gehen da so auf, äh, Zorro macht irgendeine Attacke. Das ist, ganz TikTok ist voll damit und auf einmal ist es der beste Anime, der überhaupt existiert. Erstes Beispiel, jetzt haben mich richtig viele angeschrieben. Hast du schon die neue Folge One-Piece geguckt? Hattest du die geguckt? Und ich dachte, oh krass, Oda hat endlich das revealed, was ich seit einem Jahr denke, was jetzt kommt. Und, ah nee, es war einfach der Kampf gegen, von, äh, Zorro und King war das, glaube ich, ne? Ey. So, das war, und. Ja, wann kommt das eigentlich? Das ist so. Nee, das ist das Reveal. Das kommt jetzt irgendwann, die nächsten Wochen. Ey, es ist so krass, wie anders die One-Piece-Anime-Fans sind zu den One-Piece-Manga-Fans. Das ist voll heftig. Weil bei denen, die feiern Explosionen, die Anime-Fans. Und die Manga-Fans feiern Reveals und so. Es sind so verschiedene Typen an Menschen. Aber die fucken beide aus unterschiedlichen Gründen ab. Die Manga-Fans kommen nämlich immer mit, Digga, schon in Kapitel 1 Foreshadow, schon geplant. Oh mein Gott, das ist so ein Goat. Digga, dabei macht Oda den billigsten Autorentrick. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Er lässt mit Absicht Sachen offen, um irgendwann vielleicht mal wieder einen Strang dahin zu schlagen. Und einfach damit, einfach den Effekt zu erzeugen, dass man denkt, er hätte es geplant. Digga, ich sag jetzt die größte Wahrheit über One-Piece, Digga, die keiner hören will. One-Piece. One-Piece is real. Nein, hör zu, ich liebe One-Piece, gell, aber One-Piece ist sehr, sehr breit. Aber ein gutes Werk ist nicht breit, sondern auch tief. Und One-Piece ist nicht wirklich tief. Okay, checke. Das stimmt teilweise, ja. Es gibt nicht wirklich, ähm, es gibt so die Flashback-Stories von den Charakteren. Das ist so ein bisschen, was manchmal tief geht. Aber so von dem ganzen System, es ist alles sehr überschaubar, so, ne? Auch die Position, es gibt nur, das hattest du, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, ich glaube, in einem Hot-Tech-Video von dir, dass es quasi nur schwarz oder weiß gibt bei der politischen Meinung. Es gibt entweder die Leute, die sich dagegen stellen oder die Leute, die dafür sind. Oder Leute, die halt komplett switchen, so. Ich bin jetzt heute gut, morgen komplett böse, so. Ja, ja, genau, richtig. Ja, es ist halt, ich glaube, du kannst es tatsächlich ein bisschen mit Open-World-Games vergleichen. Es gibt gute Open-World-Games, die, äh, die riesig sind und die an jeder Ecke irgendwie, äh, kleine Details über ihre Welt versteckt haben und die, äh, wenn du dich mit der Welt auseinandersetzt, immer tiefer gehen und so. Und es gibt halt Games, die sind einfach nur groß. Ja. So, weißt du, aber die haben dann halt, äh, äh, kilometerweite Landschaften, wo nichts ist. Die sind halt einfach nur groß, um groß zu sein. Ja. Ja, so, weißt du? Komplexität durch Größe ist nicht das Gleiche wie Komplexität durch Tiefe, so. Ich bin sehr, ja. Wisst ihr, was mich mies zurzeit abfuckt, aber so richtig, richtig krass, Digga? Diese Bleach-Fans, wenn du Bleach kritisierst, die dann so sagen, äh, du hast es nicht verstanden, weil das ist philosophisch so voll krass und Nietzsche und Übermensch und keiner von diesen Mistkindern hat jemals Nietzsche gelesen oder so, weißt du? Aber, wißt du, wie ich meine so, Digga, die fucken mich so ab, Bro. Also, das war aber der Punkt, warum ich mit der Attack on Titan-Fanbase nicht klarkomme. Das ist genau der gleiche Grund. Ja, stimmt. Das war gar nicht der Grund, warum die mich gespoilert, die haben mich nicht gespoilert oder so. Aber, ähm, die, die, wenn ich sage, dass das nicht meine Nummer 1 ist, ich hatte den sogar auf, auf Platz 9 oder so hatte ich den, aber weil der nicht auf 1 war, haben Leute geschrieben, du hast ihn nicht verstanden. Und Aaron ist der beste Protagonist. 9 ist echt ein gutes Ranking. Ja, ja, das würde ich tatsächlich heute aber auch nicht mehr so machen. Ja, aber Attack on Titan ist ja, ich würde schon verstehen, wenn jemand Attack on Titan seine Top 10 nimmt. Ja, ich, genau. Weil ich finde, das ist ein Werk, ich kann's verstehen, ich kann's sogar verstehen, wenn's von jemandem die 1 ist. Es ist nur für mich nicht so, weißt du? Ja, safe, es ist fett gut. Genau. Und, und das verstehe ich nicht, warum Leute dann so krass dahinter sind und sagen, ich muss das verteidigen. Wer, wer zwingt dich dazu? Was hast du davon, wenn du dieses Werk verteidigst? Damit er eine Meinung höheren Stellenwert hat? Bro, was viel, äh, und dann sag du erstmal. Ich glaub, bei Attack on Titan ist es auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt hab mit dem Tellerrand. Diese, diese Hardcore Attack on Titan Heads sind oft Leute, die sind Anime-Onlys und das Krasseste, was die davor kannten, war so Big Three. Und natürlich denkst du dann, Attack on Titan ist top-notch, unübertroffen, so niemals. Aber Bro, wenn du die Manga-Welt kennst, dann kennst du auch 20 Werke, die auf dem gleichen Level sind. Und dann ist es immer noch krass und kann immer noch deine 1 sein. Aber da reden wir von ganz anderen Typen Menschen, die ein ganz anderes Level an Geschichten in ihrem Pool haben. Ja, ich find das aber auch echt bedenklich. Also ich find das wirklich bedenklich, wie unfassbar viele Soziopathen eigentlich in der Anime-Manga-Community unterwegs sind, Digga. Das merkst du bei Griffith und das merkst du bei Eren. Das passiert andauern, dass irgendwelche Leute sagen, das ist der Main-Character überhaupt und die haben nichts falsch gemacht. Und dann kommst du so in grundethische Diskussionen mit diesen Leuten und denkst dir so, Digga, was seid denn ihr für Psychopathen? Letztens hatten wir so eine Situation, Nick und ich, mit einem bekannten Ace-Shoutout an dieser Stelle, der einfach so wirklich raushaut, naja, eigentlich find ich, Griffith hat nicht wirklich was falsch gemacht. Aber nicht so auf Meme-Basis, weißt du? Und dann denkst du dir, Digga, eigentlich find ich's echt, also ich find, ich bin beunruhigt, dass ich dein Freund bin, weil wenn das so deine Ansicht der Dinge ist, ist schwierig. Digga, das, also das find ich auch, das kann man nicht einfach so ohne weiteres sagen. So eine Behauptung ist viel zu krass. Ja, also in Berserk findest du eigentlich keinen einzigen Charakter, der nichts falsch gemacht hat, würde ich mal behaupten. Außer Puck. Ja, der hat bestimmt auch schon Dreck am Stechen. Nein, 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 nein. Ach, das ist ja auch authentisch. Also es gibt ja auch in keinem, es gibt ja auch keinen Menschen. Genau. Es gibt ja auch im echten Leben keinen Menschen, in dem das falsch macht. Und das ist eigentlich ein gutes Werk, wenn es so geschrieben ist. Was mich halt hardcore abfuckt, ist, wenn ein Anime oder ein Manga diese Charaktere schreibt, diese fehlerfreien Charaktere. Wenn es nur der MC ist, okay, akzeptiere ich noch. Aber diese komplett fehlerfreien Protagonisten-Casts und so, hör mir auf, Bro. Das ist so schlecht geschrieben. Ich kann das nicht mal, ich bin da noch krasser als du, was die rabiate Sache angeht, weil ich kann das nicht mal beim MC akzeptieren. Ich finde es sogar, es ist auch schwierig, weil ich finde es appealing, wenn der MC irgendwie wenigstens Probleme hat. Was mir aber auch auf den Sack geht, ist, dass voll viele inzwischen nur noch MCs gut finden, die irgendwie Depressionen haben, weil sie dann sagen, der ist relatable. Ja. So, weißt du? So, ich halte auf die Presse, was mit relatable. Ja, das ist, glaube ich, eher so eine Auslegungssache. Der Typ, der fehlerfrei ist, kann auch relatable sein. Aber beide haben einen Fehler und das ist einfach nicht vollkommen. Einfach nicht beider Seiten irgendwo präsent zu sein. Ja. Und das feiere ich, wenn ein Charakter, und das ist ja auch das, was Ontan mit Tiefe auch vorhin meinte, wenn ein Werk so geschrieben ist, dass du diesen Menschen als wirklichen Menschen ansehen kannst, als einen authentischen Typen, wo du dich wirklich reinversetzen kannst. Und jeder hat natürlich seine eigene Lebenssituation und Lage, aus der er halt diesen Charakter betrachtet. Aber so zum Beispiel, es wird sich keiner mit Ruffy identifizieren können. Also, es kaufe ich keinem ab. Glaub ich? Nein, es kaufe keinem Menschen ab, dass der sich wie Ruffy identifizieren kann. Ja. Jetzt mal runtergebrochen, gell, weil jetzt werden viele, wenn die sowas hören, so einen Satz, dann sagen die, oh, ich kann mich voll krass mit Ruffy identifizieren und so. Ruffy ist so lieb, weil er lächelt immer. Weil er viel frisst und so. Das ist halt wirklich dieses, ich schreibe den Basic-Charakter, den 14-Jährige feiern sollen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist ja auch dafür gemacht. Aber, Digga, weißt du, wie ich meine? Die Leute, nur weil die den dann 15 Jahre kennen, tun die dann so, als ob der dann wirklich halt so der beste MC aller Zeiten ist und so. Ja, aber da muss man wirklich stark oder schlau genug sein zu sagen, okay, das darf er auch für mich sein, aber es ist krass subjektiv. Es ist wirklich krass auf meinen Gefühlen, auf meiner Vergangenheit beruhend. Und ich sollte, bevor ich halt sage, das ist objektiv gesehen der beste Protagonist oder Anime, schauen, wie viele habe ich eigentlich geguckt. Ja, wenn du fünf geschaut hast, dann wird es wahrscheinlich der beste sein. Ja. Wenn du jetzt 50 oder 100 geschaut hast, dann ist die Frage, warum war da keiner dabei, der krasser war? Ja. Ja, und dann ist wahrscheinlich einfach die Antwort Emotions. Und das ist auch komplett fein, weil am Ende des Tages Kunstleuer auch Emotionen ansprechen. Aber, Digga, die kommen dann so ernsthaft zu dir. Die gucken dir deadass in die Eye und sagen so, aber weißt du eigentlich, warum Ruffy immer lächelt? Das ist so deep. Und ich so, okay, Bruder, Oda hat es geplant von Anfang an. Ist dir schon mal aufgefallen, dass er ein D in seinem Namen hat? Ist dir schon mal aufgefallen, dass er den Strohhut hat? Nein, also wir machen uns da nicht drüber lustig oder so. Doch, eigentlich doch. Nein, 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 nein. Okay. Ich feiere One Piece auch. Ich lese jede Woche Weekly Chapter. Ich feiere das. Ich habe, äh, zu der Sache mit diesen Charakteren, gell, dass die was Gutes und Negatives brauchen. Du hast, du hast ja quasi in der echten Welt auch keine Menschen, die was Schlechtes tun wollen, sondern du machst was Schlechtes, weil dich die Welt quasi da hineinführt. Du wirst dazu verleitet oder irgendwer. Alles Perspektive quasi. Das ist ein saugeiler Take, weil darüber hatte ich letztens eine Diskussion, ähm, ich glaube mit meiner Frau oder so, das waren nur psychologische Sachen, ich habe sie gefragt, ob sie glaubt, dass es Menschen gibt, die einfach böse geboren werden. Das ist ein interessantes Thema. Das ist voll das interessante Thema, so einfach so, also es ist ja einfach ein Fakt, dass manche Sachen, äh, in deinem Gencode sind, so ne, Persönlichkeitsstörungen, so Selbstdepressionen, die können teilweise einfach vererbt werden, weil die in deiner Hirnstruktur irgendwie verankert sind, ne, aber, äh, kann ein Mensch geboren sein und quasi schon prädestined dazu, also prädestiniert so, äh, böse zu werden, weißt du? Das war ja das Krasse an Johann so ein bisschen. Ja! Johann hat das ja quasi so ein bisschen dargestellt, weil es war, was alles vor der Geburt war und so, das war so geil gemacht. Das ist voll spannend, man, du hast ja, glaube ich, auch letztens wieder dazu gemacht und das Ding ist einfach, bei, ähm, bei Protagonisten ist das ja schon so eine Sache, dass die immer, äh, entweder sie sollen Dieb sein und wenn sie nicht Dieb sind, wird verteidigt, warum sie nicht Dieb sind und so, ne, aber wo ich's eigentlich, wir hatten auch schon mal kurz drüber geredet, glaube ich, in der Folge, ich glaube, nee, sogar in der ganzen Folge, wie geil das eigentlich ist, wenn Antagonisten einfach mal keinen Grund haben irgendwie, so, weißt du, inzwischen muss jeder Antagonist irgendwie, ähm, ne, seine Familie muss ja Model worden sein oder so, irgendwas Krasses haben, so, ne, und für mich ist so einer der geilsten Antagonisten in ganz Fiction ist beispielsweise einfach Iconic der Joker aus Batman und was den ja so krass macht, ist, dass es keinen Grund gibt, warum, also, das ist ja das, was den so absurd böse macht und was ich, finde ich, auch so geil den macht, so, dass das einfach, du kannst nicht einschätzen, warum macht er das und was macht er als nächstes. Ja, ich, ich hab zum Beispiel lieber gar keinen Grund als einen schlechten Grund, das ist so ein bisschen meine Meinung. Könnte man nicht sagen, Ruffy ist sowas wie Joker, aber als Protagonist, weil er einfach nur grundlos gut ist? Wisst ihr, ich hab, ich hab auch gar kein Problem mit flachen Charakteren oder, also mit flachen Hauptcharakteren oder mit, äh, Charakteren, die keine negativen Seiten an sich haben, aber dann schreib keine Plots, die eigentlich auf jeden Fall negative Seiten von einem Menschen herausziehen müssen, weißt? Ja, ja, ja. Ich lese gerade Kingdom, gell, und Kingdom ist original One Piece in zehnmal besser. Es ist original One Piece, aber jeder Arc ist doppelt so gut wie Marineford, so, sogar der erste, weißt? Und bei Kingdom passieren so Sachen, Bro, da, da wird, da wird eine Stadt eingenommen und dann tötest du erstmal alle Menschen, die dort sind und der MC denkt sich auch so, was soll der Scheiß und so, weißt, wir haben doch gewonnen, bla, bla, bla und dann will der die stoppen, aber Digga, das ist der Real Shit und er muss damit umgehen, weil ansonsten verliert er seine Einheit und so ein Scheiß, weißt, da werden diese Sachen gefacet und dann denk ich so an One Piece, wie die da so dudelmäßig ihre Antagonisten in irgendwelche Pfützen schubsen und dann ist es vorbei und dann stecken die in irgendeinem Knast und so, Digga, es ist so, ohne Scheiß, wenn du Kingdom liest, dann merkst du erst, wie scheiße One Piece an voll viel stellen ist. Ja, Digga, ich hab, ich hab auch schon echt lang Bock auf Kingdom, lasst mal einfach Kingdom, lasst mal einfach Kingdom alle lesen und lasst Kingdom mal einfach groß machen und dann kriegen wir deutsche Lizenz. Ne, wir haben noch, wir haben das, den Planen doch dann. Ja, ja, ey, und dann Nico und ich haben den Plan, wir gründen einen Verlag und das Einzige, was wir machen, ist die Kingdom Lizenz und was anderes kommt auf dem Verlag gar nicht, Bro. Ja, aber Bro, ganz ehrlich, meint ihr, also ernsthafte Frage, gell, äh, Rapper machen sowas ja viel, wenn du schaust, wie, wie die sich mit TikTok promoten und wie die groß werden und dann auf Lineups mit Travis sind und so und nur durch irgendwelche TikTok-Tänze und so da hingekommen sind, meint ihr nicht, dass es wirklich geht, dass man, ich, ja, wir haben das ja schon durch, also wir haben das nicht ernsthaft geplant, aber wir haben so lustigerweise gesagt, theoretisch muss, muss man ein Donation-Goal machen und muss sagen, was weiß ich, äh, äh, 22.000 Euro für die Lizenz und für die Verlagsgruppe und dann sich die Lizenz holen, weil am Ende des Tages geht's ja nur um die Kontakte zu den Leuten, die die Lizenz haben, das ist alles, was du brauchst. Ja, ich glaub, das würde Real Talk gehen und funktionieren, sowas. Ja. Ist die Frage, ob du jetzt Kingdom nimmst oder irgendwas anderes, aber sowas, ich bin mir relativ sicher, dass das Ding wird. Als nächstes holt man sich Vagabond. Ja. Ja, aber die Lizenz ist halt zu teuer, ne? Die ist halt 200.000 Euro, glaube ich. Ja, aber das hast du denn ja, guck mal, du machst erst mal Kingdom, da verdient man ja schon mal was dran. Dann bringst du halt permanent diese Boys Love Lizenzen, die halt sehr günstig im Einkauf sind, aber die viel gekauft werden und dann steigert sich das langsam so hoch und dann hörst du als Knaller Vagabond. Wusstest du, dass es teilweise Boys Love Lizenzen gibt, die einfach 500 Euro kosten? Voll krass, also voll günstig. Aber das Ding ist, glaubt ihr, Kingdom würde sich amortisieren, also so, dass es Gewinn einbringt in Deutschland? Wie viele Bände hat das jetzt? 70, glaube ich, oder so? Sowas, ja. Ich glaub nicht. Also ich glaub, Kingdom ist einer der härtesten Lizenzen. Da musst du richtig Eier haben, um Kingdom auf den Markt zu bringen. Glaubst du, es wird passieren demnächst, Unter? Nein. Ich glaub nicht. Hältst du Vagabond-Rückkehr für wahrscheinlicher, als das Kingdom kommt? Ja. Boah, krass. Krass. Ey. Ich hätt eigentlich gedacht, Manga-Kult könnte das machen. Ja, Bro. Ich sag dir aber ehrlich, da hat keiner Eier zu. Die Länge macht's aus, Bro. 70 Bände. Historisch hat sich irgendwie nie so bewiesen. Schau dir mal Golden Kamui an. Verkauft sich nicht. Bro, Golden Kamui ist in Japan. Ich, 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 Digga, ich bin fast umgefallen. Ich hab letztens die Liste gesehen. Ich glaub, Golden Kamui ist in Japan der zwölft bestverkaufte Manga aus dem Jahr 2022. Alter. Also ich weiß nicht mehr genau, welcher Platz, aber es war sehr weit oben. Und hier in Deutschland verkauft sich das überhaupt nicht, Digga. Ey, ähm, Dings, kann das nicht aber damit zusammenhängen, dass Deutschland ja jetzt gerade erstmal bei den normalen Shonen schon richtig drin ist und dass es wieder einfach ein bisschen Zeit braucht, bis es in Deutschland sowas gefeiert wird, dass irgendwann auch die Leute, die jetzt quasi voll drin sind in Jujutsu Kaisen, in Head's Paradise, in Chainsaw Man, dass die auch irgendwann dann die ganzen Sign-In feiern und dann irgendwann die Lizenzen viel, äh, viel mehr Möglichkeiten in Deutschland haben, rausgebracht zu werden, weil mehr verkauft wird. Ja, Amerika hat den Sprung so ein bisschen geschafft, würde ich sagen. Jetzt noch nicht ganz von den Lizenzen, aber du merkst es schon an den Creatoren und so, dass da neuer Standard einfach gesetzt wurde, dass Manga halt natürlich der Hauptfokus ist und nicht Anime, was hier ja noch nicht wirklich der Fall ist. Aber der Weg bis zu einer Kingdom-Lizenz ist trotzdem noch sauweit, würde ich behaupten. Schau mal, die Amis haben auch noch kein Kingdom. Ja, wir leben ja aber auch in einem Land, wo JoJo's erst nächstes Jahr mit Part 3 fertig sein wird. Und JoJo's, schau mal, JoJo's läuft in Deutschland nicht. Ja, safe. Wie soll da Kingdom laufen, weißt du? Wie viele Menschen kennen JoJo's? Das ist so heftig. Ja, das ist aber, glaube ich, bei JoJo's auch so. Also, ich kenne sehr viel JoJo Enjoyer, die einfach den Manga nie kaufen würden, weil die einfach den Anime so krass... Aber warte, Manga-Kult war das, ne? Ja. Ey, ich muss doch sagen, so, wenn man jetzt mal in Japan war und gesehen hat, wie schön die Cover da aussehen, das ist auch nix. Also, ich finde, der Manga sieht auch einfach nicht schön aus. Ja, ist so. So, die haben einfach pro Staffel, haben die einfach eine andere Farbe genommen und das war's. Und es ist halt eine Zeichnung oder sind Zeichnungen, die sind halt uralt. Und das ist klar, dass das nicht so reinscheppert. Der Anime sieht auch viel krasser aus, so. Aktuell ist der Manga, glaube ich, wesentlich geiler. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand Part 1 und 2 eher anstrengend zu lesen. Hast du die gelesen? Ich hab die gelesen. Okay, krass. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das ist ja auch die typische Jojo-Kritik. Das dauert einfach, bis Jojo krass wird. Ja. Aber ich finde, wenn man Anime guckt, dann machen die ersten beiden Staffeln trotzdem richtig Bock. Ja, safe. Weil die haben eine ultra gute deutsche Synchro. Ja. Richtig gut. Also, rückblickend sind die geil, aber du musst es halt erstmal drüber hinaus schaffen, finde ich. Ja, das ist so ein bisschen diese dranbleiben, dann wird's irgendwann krass-Mentalität. Also, keiner findet Part 1 und 2 schlecht, der komplett durchgezogen hat. Aber bevor du weiter als Part 1 und 2 warst, dachtest du dir, ja, soll das wirklich noch gut werden und so? Ticker, wo es bei mir so richtig gebraucht hat, war bei Part 3, weil ich nicht gecheckt habe, warum man mit Harmon anfängt und dann so ein Stand reingeht. Und das war erstmal richtig eine Gewöhnung. Das war auf einmal wie so Pokémon-Trainer. Auf einmal gab's die überall. Jeder hatte das. So, das war auf einmal was ganz anderes. Also, es sind diese Lizenzen, Bro, so Kingdom, Jojo und so, die sind halt für richtige Nerds, Digga. Was soll man da anderes sagen, weißt? Das ist Shit, wo du viel Zeit investieren musst, wo du viel Liebe investieren musst und so und das ist schwer auf dem deutschen Markt. So weit sind wir einfach nicht. Ja, es ehrt Manga-Kult ja auch, dass sie ihr Demon Slayer-Geld nehmen und es in Jojos reinstecken. Ja, Props, Props. Also, es ist halt schade einfach, dass der deutsche Markt nicht so funktioniert. Es ist ja auch generell, wobei man sagen muss, er ist schon krass gewachsen die letzten zwei, drei Jahre. Ja, natürlich. Wir haben schon gut aufgeholt. Alleine Manga-Kult ist, glaube ich, 2018 oder so. Also, redet nicht, ich weiß nicht, ob ich was Falsches sage, aber ich glaube, die sind gekommen und eine ihrer ersten Lizenzen war einfach direkt blamend. Das ist schon heftig. Die erste. Und ganz, glaube ich, auch in der ersten Charge. Boah, das ist krass. Ey, aber das Ding nochmal bei Kingdom ist, wir dürfen dafür nicht die Verlege blamen, sondern wir müssen dafür die Community blamen, weil jetzt Kingdom von Verlegen zu verlangen ist wirklich falsch. Das ist absurd, das ist auch fahrlässig. Guck mal, die bringen jetzt, ich glaube, Eggman bringt jetzt iShield 21 oder ist es Eggman? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Ding ist in vier Jahren durch oder in drei Jahren, weil es einfach 30 Spender hat. Du kannst doch nicht von einem Verlag verlangen, bei einer Reihe, die sich wahrscheinlich eh nicht verkauft, das Commitment einzugehen, dass das jetzt erst mal acht Jahre kommt oder so. Und ich glaube, auch iShield wird nicht gut laufen. Ja, glaube ich auch. Es wird Plus machen, aber es wird gerade so sich halten wahrscheinlich. Es ist einfach mehr die Schuld von der Community als von den Verlegenen. Oder was heißt Schuld, Digga? Die Nachfrage ist halt noch nicht so da. Aber jetzt mal, no joke, zu der Sache vorhin mit dem Verlag. Ich glaube, weil schon, es gibt so viele krasse Lizenzen, gell? Die kennt keiner, die rührt keiner an, weil Hand aufs Herz, die Verleger, die kennen sich nicht so gut aus mit Manga. Die sind eher dafür da, um Geld zu machen halt. Die denken da ganz anders. Aber wenn du jetzt einen Verlag gründest, so sagen wir mal wir drei, oft dumm gesagt, und dann holst du zum Beispiel Itchy the Killer oder so. So zehn Bände oder so. Das kann schon fast gar nicht Minus machen, weil es so kurz ist. Und du kannst einfach voll dahinter stehen und sagen, das ist böse geil. Dann hast du doch eigentlich, wenn du eine Community hast, die dir sowieso vertraut und du das nicht ausnutzt, sondern wirklich Lizenzen bringst, wo du sagst, die sind komplett krass, aber die würden wir hier so nie kriegen, dann hast du doch eigentlich immer so eine solide Käuferschaft. Ja, aber da musst du aber schon sehr groß sein in Deutschland. Sehr, sehr, sehr groß. Meinst du? Weil ich glaube, die Manga-Verkäufe sind doch gar nicht so hoch, oder? So manche Sachen verkaufen sich 300 Mal und ist schon viel oder so. Weißt du, wie ich meine? Das sind doch keine hohen Zahlen, denke ich mir. Das kommt jetzt aber auf den Verlag an. Und das Ding ist, du musst ja bedenken, guck mal, manche Verlage haben so gefühlt vier Angestellte oder da arbeiten fünf Leute. Ja, ich weiß. Die haben halt sehr wenig Lebenserhaltungskosten. So sag ich jetzt mal. Aber manche natürlich. Digga, da sind 300, da würden die nicht mehr drüber nachdenken. Ja, aber du musst ja nicht Itchy mehr verkaufen als One Piece. Die Lizenz kostet ja nicht mal ansatzweise so viel, weißt du? Wahrscheinlich kostet die Lizenz kaum was. Wie gesagt, da in diesem Game sind wir halt nicht drin. Da wäre es eigentlich mal spannend, einen Fachkundigen da zu haben wegen Lizenzen und so. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Verlag machen müsste, ich würde einfach nur One-Shots bringen, weil damit läufst du gar nicht die Gefahr, dass da irgendwas, du dir langfristig was holst und es abgebrochen werden muss. Stell dir mal vor, du bringst einfach so eine One-Shot-Sammlung mit lauter Kargo-Shintaro-One-Shots. Das wäre schon lustig, Digga. Ja, ich denke halt an so eine Cross-Promo, dass du halt quasi wirklich, weil die Verlege können ihre Sachen nicht so gut promoten wie ein Verlag, wo quasi Leute sind, die die Scheiße halt wirklich haben wollen, damit es in Deutschland halt da ist und nicht für die Kohle, weißt du? Das wäre schon krass, glaube ich. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ey, ich würde nochmal kurz checken. Wir hatten uns am Anfang gefragt, so welche Werke lesen wir, obwohl wir sie gar nicht feiern. Ja. Ich glaube, Ontan, hattest du da schon drauf geantwortet? Also gibt es da aktuell keine Black Clover? Achso, das war Black Clover und da hattest du drauf geantwortet? Nee. Siehst du? Du musst doch noch sagen. Stimmt. Boah, ich würde sagen, ich kaufe ein Werk, das ich nicht feiere, das ist Dragon Ball super, aber das Ding ist, das lese ich ja nicht mal. Ich weiß nicht mehr, das kaufe ich einfach, damit es im Dragon Ball Fach im Regal ist. Du bist da richtig so betrieb, ne? Ich lese wirklich nichts, was ich nicht feiere. Und wenn ich merke, ich feiere es nicht, breche ich es eigentlich ab. Ich habe aber eine Sache gelesen, komplett, und die habe ich im Regal, und die habe ich gar nicht gefeiert. Und das war Pandora Hearts, der schlechteste Manga, der jemals geschrieben wurde. Noch nie gehört. Ja, besser so. Boah, ich tue mich so schwer, das anzufangen, man. Das Ding ist, das Lustige, guck mal, Pandora Hearts hat so eine richtig krasse Fanbase. Viele glauben, das ist der beste Manga überhaupt. Was? Und ich wurde zugespampt auf TikTok mit Pandora Hearts größer als Berserk. Berserk ist meine 2, Pandora Hearts ist meine 1 und so. Oder Pandora Hearts größer als 20th Century Boys. Und entsprechend mit dieser Erwartung bin ich in diese Reihe rein. Und danach dachte ich mir einfach nur, das war so enttäuschend. Das ist unfassbar. Ey, ich will einfach mal so richtig so einen Real Talk raushauen an die Leute, die sowas behaupten oder, keine Ahnung, die irgendwie sowas aufstellen. Ich finde, man muss sich einfach mal wieder so richtig grounden und mal kurz klarkommen, ob man wirklich ein Experte auf dem Gebiet ist oder ob man einfach seine Schnauze bei so einer Meinung halten sollte. Weil du kannst natürlich zu deiner Meinung alles haben oder sowas, ne? Aber wer zum Fick gibt dir denn die Berechtigung, wenn du 10 Manga gelesen hast, zu sagen, was ist der beste Manga? Oder auch beim Anime-Bereich. Ich check das nicht. Also, das ist ja der Grund, warum wir alle von uns so viel Zeit investieren, so viel lesen, so wahrscheinlich, Ontan liest wahrscheinlich noch mehr am Handy als wir im Physischen, oder? Ja, bestimmt. Einfach, weil er schon voraus ist, schon voraus an dem, was überhaupt gedruckt ist und irgendwelche zukünftigen Werke schon zu analysieren, die irgendwann heftig werden und so. Und ich finde, du bist dann auf einem Gebiet, wo du sagen kannst, Alter, ich hab das alles schon gelesen und ich kann dir sagen, das hat richtig Würze gehabt. Ja, safe. Digga, Ontan, wie sieht bei dir eigentlich so ein Tag aus? Digga, wir schweifen schon kaum wieder. Ja, aber nee, weil du gerade gesagt hast, er liest zu viel am Handy. Ich denke mir so, stelle ich ihn mir vor. Ja, aber ich denke mir das auch so, aber wie sieht so ein Ontan-Tag aus? Also, fragst du mich das nicht, Digga? Ich frage mich das total. Warte, warte, bevor wir darauf eingehen, ich finde, es kommt voll auf die Intention an, warum du das sagst, weil ich, du merkst in Kommentaren von Top-Listen und alles, merkst du voll, dass Leute zum Beispiel, so wie du jetzt sagst mit Pandora Hearts auf eins, jetzt nicht alle, aber voll viele wollen einfach nur das, was jetzt noch nicht viral ist, was jetzt noch nicht bekannt ist, auf die einstellen und so. Wisst ihr, wie ich meine? Die Listen haben eine Intention, um sich dann cooler zu fühlen oder so. Also die Frage ist, machst du eine Top-Liste, um Leuten zu zeigen, was du gut findest und warum du es besser als was anderes findest? Oder machst du eine Top-Liste, um dich cool zu fühlen, weil du besondere Werke kennst oder so? Weißt du, wie ich meine? Ja, oder machst du eine Liste, du machst sie aus Prinzip auf Top 1, weil du dazugehören möchtest. So, ja genau, gibt's auch, ja. Oder, den gibt's nämlich auch. Oder machst du's auf 1, weil du möchtest, dass der Creator neugierig wird und es liest. Das auch, ja, aber. Hat bei mir geklappt, war eine schlechte Idee. Zum Beispiel, äh, boah, was wollte ich nochmal sagen, Mann? Wie dein Tag ist. Ja, gleich, gleich. Ich schwör's dir, das war wichtig, Alter. Ich hab's vergessen. Vielleicht fällt's dir wieder ein, während du uns erzählst, wie dein Tag da raus ist. Ja, okay, also gestern mein Tag war so, ich bin aufgewacht und dann bin ich erstmal spazieren gegangen, glaub ich, so ein Stündchen oder so. Ja. Und dann hab ich gekocht und bin zur Arbeit gegangen. Was hast du dir gekocht? Du bist mir nicht detailreich genug. Äh, Reis, Chicken und, äh, Gemüse. Also, ich, ich nehm zur Zeit ein bisschen ab, weil ich bin voll fett geworden durch diese ganze Videos machen. Das ist irgendwie voll. Safe fühle ich total. Digga, das ist auch, wenn du Streamer bist. Das ist, oh, du sitzt, du sitzt, du sitzt. Ja, das ist, das ist, das ist, Digga. Warum redet da keiner drüber, Digga? Du ernährst dich, du ernährst dich auch zwangsweise scheiße. Ja, weil du bestellst, ne? Ja, du bestellst, du musst schnell fertig sein, du trinkst Energydrinks oder sowas, damit du lang wach bist, Digga. Also, ohne Witz, Leute. Das ist voll krass, Mann. Wir haben voll, also, ihr denkt jetzt, das ist lustig und ihr denkt jetzt, wir labern scheiße, aber unser Beruf ist körperlich wirklich belastend. Digga, die Leute wissen auch gar nicht, wie, also, Digga, das ist schwer, sich vorzustellen, wie viel Arbeit da drin steckt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also, könnt ihr euch noch vorstellen, wie es ist, nicht zu wissen, wie man Videos schneidet und so? Weil bei mir ist das ja nicht lange her. Da war ich, da war ich elf. Ja, Bro. Ich versuche mal echt nachzudenken. Wenn du so ein Video schaust und nicht weißt, wie das geht, dann kommt es dir niemals so vor, dass da so viele Stunden drin stecken. Das ist voll krank. Das ist richtig krank. Du denkst dir also, so lange, wie das Video ging, plus 30 Minuten. Ja, aber so denkt man dann. Ja, habt ihr das auch, wenn ihr andere Videos schaut, dass ihr dann immer schon diese Krankheit habt, dass ihr wisst, wie die Person das gemacht hat. Ja, das auch. Das habe ich auch bei echten Filmen und Eregen. Ja, oder bei Synchron und sowas. Oder auch bei Musik. Digga, da haben die so gedoppelt. Das ist aber normal, wenn du irgendeine Sachen mal beruflich oder privat als Hobby gemacht hast, dann achtest du da einfach drauf. Da kriegst du ein Gefühl für. Das ist so das dritte Auge. Weil als normaler Mensch denkst du da wirklich gar nicht drüber nach. Aber es ist halt wirklich so, dass du krass viel sitzt. Wir sitzen jetzt auch gerade wieder. Ja, und in einer sehr ungesunden Pose. Das müsst ihr mal sehen. Das ist jetzt Podcast. Und theoretisch würde jetzt noch der ein oder andere Stream oder ein YouTube-Video aufnehmen und das noch schneiden heute. Dann sitzt du acht Stunden am Tag für zehn Minuten Video. Ja, Mann. Ich schlöre es dir, Alter. Das ist schon krass. Und keine Ahnung, weißt du. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich den Scheiß gemacht habe, hatte ich kein Insta. Ich hatte kein TikTok. Ich hatte kein... Also ich hatte eigentlich nur YouTube als Social Media. Also wissen die Leute das, wie schlecht versiert du mit Technik bist? Ja, ich glaube schon. Nein, 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 nein. Die wissen nicht... Leute, okay, warte. Die wissen nicht, wie schlecht versiert er mit Technik ist. Okay. Technik ist original mein größter Feind, Bro. Bevor wir angefangen haben, Weepstar aufzunehmen. Der ersten Folge. Erstmal, ich habe Ontan gesagt, welches Mikro er holen soll. Ich habe ihm gesagt, dass er sich dieses Programm runterladen soll. Und dann hat er mich ernsthaft noch gefragt, wie das funktioniert. Das ist das... Leute, ihr kennt Order City. Das ist das selbsterklärendste Programm der Welt. Du drückst nur den roten Knopf. Oder Discord. Ja. Nein. Bro, das war gerade vor ein paar Minuten, als wir aufgenommen haben und Ontan im Text, also im Discord-Channel gesucht hat, die er anruft. Und dann sieht er diesen Voice-Channel in der Seite. Er muss einfach nur dem Channel joinen und er sagt dann, Digga, Discord ist die komplizierteste Scheiße der Welt. Für ihn wäre am besten, wir machen noch so mit Schnurr-Telefon. Ja. Der Mann hat sich original erst ein Laptop gekauft, als er angefangen hat, YouTube-Videos zu machen. Ja, Real Talk, Digga. Da hatte er vorher... Ich frage ihn, wie bist du im Internet gewesen? Und er so, ich habe halt Playsy gezockt. Mein Leben war halt... Also ich hatte ehrlich, kein Insta, kein TikTok, gar nichts. Mein Leben war halt Sport, draußen sein, saufen und Mangas lesen. Weißt du, Digga? Ja, aber ganz im Ernst, das klingt wesentlich gesünder als jedes Gen-Z-TikTok-Leben, was gerade geführt wird. Also ich vermisse es auch. Es ist Ding, wie soll ich sagen, Digga, ich konnte so heftig viele Mangas lesen, gell, weil du einfach, wenn du... Die Energie und Zeit. Genau, wenn du Insta und so hast, Bro, die Leute fragen sich, wie ich so viel lesen kann, Bro, auf Insta, jetzt aktuell mein Leben, ich verschwende so viele Stunden auf Insta, Digga, nur für irgendwelche hängengebliebenen Storys oder so. Manchmal suche ich halbe Stunde ein Lied aus, das ist voll unnötig, Digga. Und wenn du diese Stunden mal runterrechnest, wie viel du da lesen könntest, und so war das bei mir früher halt, weißt du? Kein Handy, sondern einfach nur Mangas genommen. Ja, denkt ihr auch manchmal so, ich habe jetzt, was weiß ich, so und so viele Stunden investiert, wieder ins nächste Video, und ich hätte eigentlich irgendwas machen können, was cool gewesen wäre. Das denke ich mir jeden Tag, seit über zwei Jahren. Ja, ich auch. Und das Ding ist aber, also damals habe ich es mir gedacht, und es einfach immer nur gedacht, aber heute mache ich es wirklich. Wenn ich sage, heute fühle ich mich danach, rauszugehen mit dem Basketball und ein paar Körbe zu werfen, anstatt einen Stream anzukicken und drin vom PC zu sein, dann mache ich es. Dann nehme ich mir die Freiheit und mache es. Aber es musste erst mal dazu kommen, dass ich komplett ausbrenne von Arbeit, von allem, damit ich das überhaupt erst wertschätzen kann, wie wichtig es ist, sich Zeit für seine Sachen zu nehmen, die nicht mehr mit dem Internet zu tun haben. Aber es ist ja auch krass, wie schnell du in diesem Loophole gefangen bist. Ja, das geht so schnell. Weißt du, wie oft ich das mit meiner Frau habe, dass sie zum Beispiel so, wir wollen essen gehen oder wir wollen rausgehen, so, ne? Und ich sage so, ich mache noch zehn Minuten das Thumbnail fertig oder so. Digga, ich sitze da original immer eine halbe oder andere. Ich sitze da nie zehn Minuten. Nein, siehst du nicht. Seit ich das Zeug mache, komme ich auch immer zu spät, also immer. Und ich meine, das ist doch bei Onthon, das ist das beste Beispiel, weil er sein Leben lang nie wirklich mit Technik anwerken war. Da würde man ja behaupten, okay, wenn du es nicht in der Kindheit hattest, dann bist du auch nicht wirklich darauf angewiesen oder dann wirst du auch nicht süchtig davon, wenn du später bist. Aber es geht so schnell, dass dich Instagram, TikTok immer wieder zu sich holt, dir immer das Bild vermittelt, du musst wieder produktiv sein oder du musst irgendwas teilen. Und das ist so krass, oder? Digga, das ist so ein geiler Talk. Ich denke, es dauert sehr, sehr lange, bis man damit gut umgehen kann. Ich denke, viele Menschen sind gar nicht dafür gemacht und können damit gar nicht umgehen. Wenn ich jetzt schaue bei TikTok, wie viele neue starten und wie viele neue gleich wieder wechseln nach zwei Wochen oder so. Also du merkst richtig, wie diese Zahlen direkt reinkicken und die Leute beherrschen. Und ich denke auch, dass auch manchmal du findest quasi so deinen Weg, so die Balance, so was jetzt zu viel, was zu wenig, wie viel Mühe soll ich mir geben, worauf achten die Leute, worauf achten sie überhaupt nicht, also quasi Arbeit, die umsonst war. Und ich glaube, du kannst auch immer wieder von diesem Pfad der Balance abkommen, weißt, wenn du einmal gut drauf bist und dir alles passt, wie es gerade ist, kannst du, glaube ich, trotzdem wieder voll in dieses Loch reinfallen oder zu wenig machen oder zu viel, weil es halt echt schnell ist und du kannst auf beiden Seiten runterfallen, die ganze Zeit, das ist schon... Und das Problem ist halt, ja genau, weil es ist eine gewisse Stärke, die du haben musst, damit du gesellschaftlich nicht wieder in dieses Ding abdriftest. Und das Problem ist, aber alle kämpfen gegen dich. Die Gesellschaft kämpft gegen dich, das ganze Internet, was damit zusammenhängt, die Social Media Plattform, dein soziales Leben, alles will dir sagen, die Zeit, alles will dir sagen, du musst, du hast, du bist nicht unendlich hier, du musst das Zeitsparendste und schnellste machen und am besten verschwendest du noch mehr Zeit damit, darüber nachzudenken. Kennt ihr, habt ihr schon mal so ein 80%-Prinzip gehört? Ja. Ich kenne nur die 1%-Methode. Digga, das hat 80%, das hat mir übertrieben krass, ich weiß nicht, ob ich das unter mal erzähle, aber das hat mir mega krass geholfen. Das ist sehr geil. Jetzt inzwischen die letzte Zeit wieder nicht mehr, weil ich wieder einfach dumm bin. Aber ihr kennt das doch auch, ihr seid bestimmt auch so perfektionistisch unterwegs. Also ihr einfach so, ihr gebt 120% an dem Video. So, das habe ich unten auch schon mal erklärt, diese Theorie, beziehungsweise dieses Prinzip sagt, du solltest bei allem nur 80% geben, weil der Punkt ist, die Leute werden die anderen 20% gar nicht merken. Das heißt, du sitzt eine Stunde da, damit dein Thumbnail perfekt ist, du machst diese ganzen Cuts, diese kleinen Zooms, aber der Konsument wird das gar nicht checken. Der weiß das nicht zu appreciaten. Wenn du drei Stunden länger in der Boof stehst und ein Lied aufnimmst, bis das letzte Stückchen nicht mehr Halt oder die letzte Betonung sitzt, der Konsument wird es nicht merken. Das geht aber nur, dieses Sprichwort, wenn du das für die anderen machst. Was ist, wenn du es für dich machst? Wenn du es für dich machst, dann solltest du mal den Gedanken so umstrukturieren. Ist es nicht, wenn du es für dich machen willst, schlauer, es so für dich zu machen, dass du weniger Zeit da rein investiert und mehr Zeit für dich hast, um wirklich was für dich zu machen? Ja, das ist richtig. Das ist so die Frage, willst du, weil der Grund, warum man ja manchmal so Hardcore reineditiert und alles und Sachen dreimal aufnimmt, bis es perfekt ist und so, ist ja dieser künstlerische Aspekt, dass man es einfach perfekt haben will, vor allem bei Sachen, die einem am Herzen liegen und so, aber das ist voll oft gar nicht Sinn der Sache, weißt du, am Ende des Tages lieber kommt es irgendwie, als dass es gar nicht kommt, denke ich mir immer, das ist voll Ja, ich hatte jetzt in meinem letzten Video das perfekt genau die Situation, normalerweise, ich hätte das noch eine Stunde weiter geschnitten, ne, das sind einfach so, manchmal auf mein Gesicht, das sind so die Basic Cuts, einfach damit es ein Video ist, das funktioniert, so, ne, aber ich hätte noch viel mehr spielen können mit Soundeffekten, mit lustig, haha, Sound weg, auf Gesicht, so, ne, aber ich dachte mir so, Digga, ich kann das jetzt machen oder ich gehe abends mit meiner Frau raus und dann dachte ich mir, okay, dann kriegt ihr halt ein Video, das mal nicht so krass geschnitten ist, aber ich gehe raus, so weißt du, und wo es gefährlich wird, ist der Punkt, an dem du entscheidest, nee, ich gehe nicht raus, sondern ich mache das jetzt noch und das machst du jeden Tag so. Und wenn du es einmal machst, du machst es die ganze Zeit, bist du drin gefangen. Und im Best Case kommen dann noch diese lustigen YouTube-Statistiken, die leuchten dann noch so grün mit einem Pfeil nach oben und sagen, ey, es war gut, dass du das so gemacht hast, mach das so weiter. Oder die sagen dir einfach noch weiter, du hast wieder an Followern verloren oder du hast irgendwie an Klicks verloren. Ja, oder die sagen, dein Video ist schlechter an der Performance als das letzte. Ja, genau, genau, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Video, ich habe vorhin drauf geguckt, als wir hier auf der Couch gesessen haben, kurz so, ne, sie so, acht von zehn bei der Performance, und ich denke mir so, Digga, das ist bestimmt, weil ich Kacke geschnitten habe. Dabei hat das damit gar nichts zu tun, weil das ist einfach das Thema, so weißt du, voll oft, ob ein Video gut ist oder schlecht, das hat nie was mit euren Klicks zu tun, weil der Punkt ist, die meisten Klicks kommen ja durch die Impressionen, durch Stuntnet und durch den Titel. Naja, sowieso das Wichtigste. Die Leute wissen ja vorher gar nicht, ob es geil ist oder ob, weißt du, das ist, ach, das... Digga, Social Media fickt uns richtig, warum machen wir es eigentlich? Ja, es ist auch... Du musst lernen, wirklich einen gesunden Umgang damit zu bekommen. Und das Ding ist, das können dir deine Eltern nicht beibringen, weil die selber noch nicht in der Lage waren, damit aufzuwachsen. Das können dir deine Lehrer nicht beibringen. Und deine Freunde sind wahrscheinlich auch alle tief drin. Das heißt, du musst dir irgendwelche Bücher nehmen oder YouTube-Videos anschauen, da bist du auch wieder im Internet. Aber musst halt lernen, wie du selber damit die Grenzen setzt. Aber ey, ich hab die Bildschirmzeit meiner Zuschauer letztens gecheckt und ich dachte, okay, ich bereite mich jetzt auf sechs bis acht Stunden am Tag irgendwie vor. Da gibt's Leute, die sind am Tag wirklich 18 Stunden auf TikTok. Ja, glaub ich. Wirklich jetzt. Das ist... 18 Stunden bin ich wach am Tag. Ich check jetzt mal kurz meine Bildschirmzeit, Digga. Was glaubt ihr? Das ist so ein kranker Switch halt von Generationen. Wir sind so die erste Generation mit diesem kompletten Internet, was für jeden zugänglich ist. Und also ich würde sagen, nicht mal wir, ich würde sagen, noch ein bisschen nach uns. Wir hatten noch so ein Stück... Noch nach uns, ja. Wir haben, genau, wir haben das Gefühl, dass wir ohne dem aufgewachsen sind. Weil wir sind alle in den 90ern geboren. Ja, genau. Wir sind so zwischen den Stühlen und das Ding ist, Internet ist eine sehr geile Sache, Digga. Das ist wie eine Superkraft, Bro. Aber aus dieser Superkraft kommt halt quasi auch... Du musst damit umgehen können halt. Und das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ey, wisst ihr, was vielleicht geil wäre? Sollen wir alle mal unsere Bildschirmzeit jetzt checken und sagen, was unsere Bildschirmzeit ist? Ich weiß nicht mehr, wo ich das finde, Bro. Okay. Ich sag, ihr ratet mal, was meine ist. Acht Stunden. Am Tag? Am Tag, ja. Ja, aber warte, ist es deine Handyzeit oder... Ja, meine Handyzeit. Würde ich auch sagen, so acht Stunden. Dann sag ich fünf. Leute, vier Stunden, zwölf Minuten. Das ist vollkommen legit. Ja, aber wie lange bist du am PC? Aber man muss... Save. Sehr guter Punkt. Oder Switch, weißt du? Das ist schon krass. Und man muss auch sagen, das ist ja diese Woche und die ist ja noch gar nicht, weißt du? Abgeschlossen. Ich find's auch... Ja, okay. Ja, das ist ja geil. Das ist ja trotzdem der Tagesdurchschnitt. Ja. Ist ja egal, ob da jetzt ein Tag fehlt. Es ist auch nicht immer schlecht, wenn man so lange am PC ist und so. Das ist, Digga... Manche Leute arbeiten vor dem PC und so. Digga, weißt du, es ist... Nicht immer was Schlechtes, lange Bildschirmzeit zu haben, aber es ist halt wichtig, dass man so die Balance hat. Und jetzt nicht die Balance zwischen Freizeit und Bildschirmzeit, sondern die Balance, an der Bildschirmzeit etwas zu machen, was dir gut tut und was dich weiterbringt. Und in deiner Freizeit was zu machen, was dich weiterbringt. Du kannst ja auch einfach zu irgendeinem Junkie in die Bude gehen und mit dem saufen und kiffen. Dann hast du auch komplett reingeschissen, Digga. Da war dein Call of Duty-Spiel besser für deine Zukunft als das, weißt? Ja. Ja, safe. Das stimmt, das stimmt. Drei Stunden 40. Geht fit? Ja, voll krass. Das ist aber eigentlich immer noch viel, Digga. Ja, das ist ja wieder diese PC-Sache, wenn man so drüber nachdenkt. Du bist halt manchmal acht Stunden am Stream, Digga. Ja, ja, und das ist ja nicht das Einzige. Dann will ich ja nach dem Streamen, will ich ja vielleicht nochmal privat was für mich zocken. Ja, Mann. Oder danach hole ich dann ja erst recht auf, was ich die letzten Stunden am Handy verpasst habe. Oder dann will ich im Bett abends noch eine Folge Anime gucken oder sowas. Du bist halt, wenn ich in meinem Job schon acht Stunden vorm PC sitze, kannst du nochmal fünf draufrechnen, die ich so bin. Und das sind dann schon zusammen 13 Stunden, die man einfach nur vom Bildschirm verbringt, anstatt draußen in der Natur oder mit Freunden. Ich bin auch der Meinung, dass der Mensch sehr viel Bildschirmzeit aushalten kann. Ich finde immer, wenn der Fernseher oder so darüber redet, das klingt dann so, Alter, wir sind richtig gefickt. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Normalverstand. Aber ich bin schon der Meinung, Digga, dass alle drei, vier Tage einmal eine halbe Stunde in der Sonne spazieren. Bro, das kann dir deine vier Tage giftige Bildschirmzeit komplett resetten, Digga, und du bist wieder geheilt. Ja, körperlich auf jeden Fall, aber das ist ja auch immer noch das Mentale. Es ist ja auch immer noch, dass das Internet... Auch mental, doch spazieren bringt doch fett Schiele. Auch mental, true, true, true. Aber ich meine halt, wie willst du als 16-Jähriger dich vor den mentalen Einflüssen des Internets schützen? Ja, heller still. Wenn du die ganze Zeit immer nur ein perfektes Leben vorgelebt bekommst, die krassesten Sachen erlebst und denkst, weil das jemand als Beruf dir versucht, gut zu verkaufen und glücklich zu verkaufen, ist es das wirklich wahre Glück. Und dann checkst du gar nicht mehr, was ist denn real, was brauche ich eigentlich? Weil die Leute leben es mir im Internet ja vor, was gut ist. Ich finde es gerade bei Chris so spannend, weil er halt aus einer ganz anderen... Der hatte eine ganz andere Kindheit als wir. Ja. Also der kommt halt jetzt erst rein und beschäftigt sich jetzt damit und merkt, wie das... Also er ist halt erwachsen, hat vorher viel Zeit draußen verbracht und kann deswegen sofort reflektieren und merkt nach einem Jahr schon, okay, das tut mir nicht gut. So und wir sind halt da reingewachsen, sind dann mit Großkommission unsere Pubertät im Internet verbracht, unsere Jugend, alles und ist ja voll schwer. Gerade als Jugendlicher und wenn du pubertierst und so, du merkst ja vielleicht gar nicht, was nicht gut für dich ist, also sehr wahrscheinlich sogar nicht, so weißt du, du merkst gar nicht, wie dich das konsumiert. Ja, das checkst du aber auch als Erwachsener teilweise nicht. Ja, aber er hat es ja auch jetzt nach einem Jahr ungefähr gecheckt. Du musst halt reingucken und gut drauf achten, was dir gut tut und was nicht und das von vornherein machen, weil wenn es zu deinem Leben gehört und zur Normalität wird, dann hast du gar nicht gemerkt, was dir schlecht tut und es drückt einfach die ganze Zeit, aber du weißt gar nicht, wo es drückt, weil es einfach schon so lange... Ja, du kannst tausend Mal Klicks machen, aber du hast halt nur einen Körper. Ich habe das letztens auch gepostet, das Problem ist, in letzter Zeit, ich müsste eigentlich auch wieder viel mehr Sport machen und so, ich bin ja gesundheitlich auch stark vorbelastet und das passiert so oft, dass ich entscheide, die anderthalb Stunden, die ich jetzt beim Sport bin, die sollte ich lieber ein YouTube-Video machen, so weißt du? Und das ist einfach dumm, das ist einfach dumm. Ja, das kannst du halt machen, das machst du halt so anderthalb Jahre lang noch, aber dann kannst du irgendwann gar kein YouTube-Video machen. Ja, richtig, genau. Und dann kannst du aber auch keinen Sport machen, weil dann bist du fertig am Ende. Ja, dann bist du dead. Und das ist das Ding, wir müssen alle, wir können ja alle konsumieren, was wir wollen, aber wir müssen alle präventiver denken. Wir müssen alle mehr auf uns achten und uns bewusst werden, was wir da gerade tun. Weil es ist auch bei, zum Beispiel, sei es, du bist ein Raucher, was auch immer. Wenn du beispielsweise aufhören willst mit dem Rauchen, dann nimm die nächste Kippe, die du rauchst, einfach mal komplett bewusst wahr. Sei dir bewusst, du nimmst sie gerade in die Hand, du hast sie zwischen den Fingern, du nimmst das Feuerzeug, du machst alles ganz langsam, aber bewusst. Und wenn du das auf alles überträgst, du gehst bewusst einkaufen, du nimmst jetzt bewusst dein Handy in die Hand und überlegst, was mache ich da jetzt? Brauche ich das jetzt gerade, dass ich es in der Hand habe? Muss ich dem jetzt antworten oder mache ich es später? Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist eine Sache, durch die Gesellschaft und durch den Druck und durch die schnelle Zeit, das ist nicht mehr in uns drin. Das ist eine Sache, die, vielleicht war die auch noch nie wirklich in uns drin, aber das lernt man aus ganz vielen anderen Völkern und Religionen. Man muss sich selbst so ein bisschen reminden, was das angeht. Weil, Bro, wie oft ist man unterwegs und, keine Ahnung, zum Beispiel, man will keine Kippen kaufen, man will keine Süßigkeiten kaufen oder so, aber du hast Kopfhörer drin, hörst gerade irgendeinen kranken Podcast, du hast, bist voll investiert, denkst gerade gleichzeitig noch über deine Beziehung nach und dann kaufst du die Scheiße einfach. Gerade die Sachen, die du aus deinem Leben raushaben willst, die machst du wireless, unbewusst, Digga. Und wann wird es dir bewusst? Nachdem du sie konsumiert hast. Genau, ja. Und du denkst dir dann immer so, ach ja, einmal schadet das jetzt nicht. Aber das denkst du dir halt zehnmal. Das denkst du dir zehnmal. Dafür, weißt du so. Es ist ja auch richtig, Bro, dass es einmal, also, weißt du, wie ich weiß. Ja, ja, es bleibt halt aber nie bei einem Mal, Bro. Ja, so wirklich, wirklich katastrophal, würde ich jetzt sagen, lebt keiner von uns. Aber es ist halt, Digga, es ist halt wichtig, dass du dein ganzes Leben lang, auch wenn es dir furchtbar gut geht, immer drüber nachdenkst, wie kannst du den Status Quo beibehalten oder noch besser machen, Digga. Das wird nie aufhören. Kein Mensch kommt an eine Position, wo er sagt, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt passt alles. Höchstens mit 68, wenn du da kurz vorm Tod bist. Dann sagst du vielleicht, ja, okay, jetzt ist mir auch egal, wenn ich sterbe. Aber sonst wirst du nie in diesen zufriedenen Zustand kommen, von dem man irgendwie immer träumt als Kind, finde ich. Ja, ähm, Leute, ihr kriegt auf Spotify immer so eine Frage, so wie fandet ihr den Podcast und so. Äh, schreibt uns da doch mal nicht heute rein, wie ihr den Podcast fandet, sondern wie viel Bildschirmzeit ihr habt. Das würde mich interessieren. Weil ich kann die Frage auch anpassen, aber ich vergesse es jedes Mal. Also schreibt bitte einfach eure Bildschirmzeit rein. Aber jetzt noch mal, also guck mal, das Ding ist, wir waren ja bei deinem Tagesablauf. Liest du, also du liest schon Manga auf dem Handy, oder? Ja, die meiste Zeit. Also wenn ich daheim bin, dann lese ich es auf dem Laptop, im Bett eigentlich. Ah, okay, Laptop, natürlich. Aber ich lese meistens Manga in der Arbeit, weil zum Beispiel gestern, ich habe einfach acht Stunden, nee, nicht acht Stunden, also früher war mein Leben so, dass ich in der Arbeit acht Stunden straight up Manga gelesen habe, bis mir die Augen wehgetan haben. Aber jetzt ist es so, dass ich... Schaut an seinen Chef, der Weepster-Podcast-Hörer ist. Jetzt ist es so, dass ich halt Videos schneide in der Arbeit. Warte mal, schneidest du deine Videos am Handy? Oft, ja. Am Handy? Am Handy schneidest du deine Videos. Ja, dann kann ich sie in der Arbeit machen. Warte mal, aber YouTube-Videos? Ja. Hä? Wie machst du das? Bro, inzwischen schneide ich alles am Handy. Also, da kenne ich niemanden in diesem Game, der das so macht. Doch, Anton. Hörst du? Du hast, Digga, der erste Handy-Influencer. Eigentlich, wozu hast du ein Laptop? Digga, keine Ahnung. Lädst du dir auch vom Handy aus dann hoch? Ja. Ey, Bro, wenn du wüsst, wie ich meine Videos mache, gell, das ist wirklich, Digga, als ob ich dann mit einem Stein und einem Stock sitze und... Nein. ... Feuerzeug, das ist so hängen geblieben. Ach du Scheiß, Bro, du weißt schon, dass wenn du einfach ein Schnittprogramm auf dem Laptop hättest, das viel geiler geht? Ja, aber dann musst du den Laptop ja mit in die A halten. Nein, nein, das Ding ist, ich habe einmal mit ihm, war ich auf TikTok live, und da hat er nebenbei ein Video am Laptop geschnitten. Ja. Also, er hat das ja auch schon mal gemacht. Er hat sich ja extra auf den Laptop gekauft. Aber, Bro, hättest du den gesehen, du würdest dir denken, mach bitte wieder mit Handy. So, der saß da wie so ein Gollum. Hier war sein Laptop, so saß er da und so hat er geschnitten. Ich liege mal... Wir können das jetzt nicht sehen, Leute. Aber der liegt da, der liegt da wie eine Erbse. So keine... Ich liege immer im Bett und mein Laptop liegt auf meinem Bauch und so schneide ich dann. Und so, auch ohne Maus, weißt du, nur mit diesem... Auch ohne mit Touchpad, Digga, dann mach ich doch... Geil, Alter. Und so lese ich auch immer Mangas. Ich liege im Bett und mein Laptop liegt auf meinem Bauch und so lese ich immer auf dem Laptop Mangas. Das ist das Beste. Digga, das erklärt, das erklärt, warum er in letzter Zeit alle zwei Tage ein Video rausballern kann, weil er einfach auf dem Handy auf der Arbeit schneidet die ganze Zeit. Ja. Digga, das ist krass, Bro. Aber Digga, das dauert so viele Stunden. Ich schwör früher, ich lese einfach ohne Ende Manga, gell? Und ich denke, ich hab die ganze Zeit Manga, ein Kapitel gelesen, eine Japanische Lektion. Ein Kapitel, eine Japanische Lektion. Digga, mein Leben war so geil, Bro. Mein Japanisch wurde immer besser. Ich hab tausende Manga gelesen. Ich bin jeden Tag aus der Arbeit raus. Da dachte ich mir, Digga, was ein geiler Tag, Alter. Ich hab so geile Kapitel gelesen. Heute, Digga, ich bin sechs Stunden am Schneiden. Und dann denk ich mir, boah, jetzt kann ich noch drei, vier Kapitel lesen. Super, Alter. Und dann ist es vorbei. Warte mal. Also schneidest du ein YouTube-Video am Handy sechs Stunden? Nein, Bro. Ich schneide, keine Ahnung, manchmal schneide ich drei Videos. Wie lange schneidest du ein Video so? Digga, ich brauch schon lang für ein Video. Wie lange braucht ihr für ein Video? Es kommt immer darauf an, welcher Inhalt dieses Video ist. Also am längsten brauch ich bei mir für Vlogs, weil die schnell geschnitten sind und ich die so... Vlogs gehen schnell, ja. Also am schnellsten gehen bei mir Reviews, weil die ja unterteilt sind in vorgefertigte Punkte. Du hast Veröffentlichung, Zeichen, Stil, Story bei mir. Und das ist immer relativ leicht aufgebaut. Das ist in einer Stunde fertig. Digga, what the fuck, Mann, Digga. Das geht doch gar nicht. Schau mal. Also ich brauch schon fast länger für Thumbnail und alles einrichten. Ja, ich brauch für Thumbnail auch. Ja, okay, das hab ich jetzt dazu gerechnet, weil ich mach ja auch Thumbnails in der Arbeit und so. Okay, ja, mit Thumbnail bin ich so zwei Stunden an der Review. Ja, und manchmal, Alter, manchmal bin ich halt einfach fett lange auf Thumbnail. Also willst du sagen, mit welchem Programm machst du das? Power Director, also schneiden meinst du? Power Director heißt es. Das hab ich noch... Kennst du das? Aber pass auf, ich erklär euch jetzt, wie ich das mache. Ich, äh, ich recorde mein Video und tue es am Laptop quasi, tue ich die Lücken rauscutten. Das dauert... Ach so, das machst du noch? Das mach ich und dann tue ich die fertige Datei, die rausgecuttete, auf mein Handy und dort, äh, editier ich und pack Bilder rein und so, weil, äh, irgendwie mein Laptop schmiert voll oft ab, wenn ich, wenn ich Bilder rein tue, wenn ich Videos einfüge und keine Ahnung, irgendwie ist mein Programm einfach scheiße zum Schneiden. Ich, ich bin, ich mag das nicht am Laptop, beim Handy geht es irgendwie besser. Aber das heißt, jedes, jedes Video, was du quasi machst, ist dann schon dreimal gerendert. Ja. Du verliert ja auch die ganze Zeit Kompressionen. Ja, theoretisch, theoretisch verlierst du da jedes Mal Qualität. Deswegen, das... Was hast du eigentlich für eine Kamera? Filmst du dich mit dem Handy oder hast du, du hast so einen Spiegelreflex, oder? Ja, ich hab so eine geile, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, sieht man nicht. Echt? Ja, weil das ist immer das Problem, wenn du das durch zu viele Programme immer renderst und so. Ja, jedes Programm hat ja auch eigene Rendereinstellungen. Ja. Und, äh, wenn du das dann renderst, wird es ja immer komprimiert, sodass du es halt auf YouTube hochladen kannst und nicht 20 Gigabyte groß ist zum Beispiel. Wenn du das dann wieder machst und wieder... Aber ich, 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 ich tue das immer gleich ein bisschen, äh, runterschrauben, weil mir sonst alles zu lange dauert, hochladen und so irgendwie. Also ich... Verzichtest du ja auf so 2K? Digga, ja, ich bin, ich bin manchmal so, ich bin, ich, also wenn ich so, also wenn ich so entscheiden muss, ob ich in 4K hochlade, in richtig geil und es rendert halt zwei Stunden länger, dann nehm ich die 4K und die zwei Stunden länger. Aber so sind die meisten Creator, aber ich, ich denk, dass die meisten Zuschauer dann Fick drauf geben und ich selber geb da auch relativ krasse Fick drauf. Ja, aber dann kannst du ja auch in 360p hochladen und dann bist du in zwei Minuten fertig. Ja, Bro, das ist jetzt wieder die andere Sache. Das ist halt wieder die Kehrseite. Aber ich sag, ich sag dir ehrlich, 1080p, Digga, mehr brauchst du nicht. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du in dem Video irgendwie Naturaufnahmen hast oder sowas. Es ist ja, du sitzt vor dem Mangeregal und das ist halt, das kann man sich in der Qualität oder in der Qualität eben gönnen. Ja. Aber ich muss sagen, ich hab letztens gesehen, dass du da jetzt so rumexperimentierst mit so Effekten. Was geht, was geht denn da ab, Bro? Da sind so Elektrostrahlen um dich rum. Sind das Handy-Effekte dann? Ja, die hab ich von dem Power Director. Ey, Jungs, das ist so geil, wie jeder unterschiedlich arbeitet da auch, ne? Das ist geil, Bro. Schau mal, das sieht manchmal ein bisschen hängengeblieben aus, gell? Das sieht ultra hängengeblieben aus, Bro. Aber lieber, aber lieber, äh, sieht's anders aus als alle anderen, als dass es geil aussieht, Digga. Ich, ich mag das. Okay, check ich dich. Vor allen Dingen, weißt du, was ich auch geil finde, ist, dass du einfach ausprobierst, weil du bist ja noch nicht lange YouTube und du machst ja auch noch nicht lange Videos. Ja. Und ich find's geil, dass du dir die Freiheit gönnst, das zu machen, wonach du dich jetzt gerade fühlst in deinem Video. Ja, safe, safe. Weil diese Phase ist eine der wichtigsten. Wenn du nämlich von vornherein so startest, wie du es dir bei irgendwem anders abgeguckt hast, dann wirst du deinen eigenen Style nie finden. Aber so bist du auf dem besten Weg, irgendwann die Videos genauso zu haben, wie du magst, wenn es nicht sogar jetzt schon so ist. Also, das ist für euch alle ein sehr wertvoller Rat. Das ist auch, was Dig mir gesagt hat, weil ich hab mein Stream-Game ja abgestarrt die letzten Wochen. Sag mal ganz kurz, bevor Dig dir irgendwelche Tipps gegeben hat, wie viele Zuschauer? 13. Wie viele Subs? Ich glaub, 30. Wie viel nach den Tipps? Jetzt sind's so 70 und 80 Subs. Also. Ich biete das auch jetzt kostenfrei, äh, kostenpflichtig. Kostenfrei für jeden einfach. Und dazu muss man sagen, ich hab dann immer so, Subs, das sind so Leute bezahlen 5 Euro oder 4. Also es ist quasi so ein Abo wie auf YouTube, nur das Abo kostet halt Geld auf Twitch. Ja, und das Ding ist, warte, was ich eigentlich sagen wollte war, ähm, ich hab Dig die ganze Zeit dann so gefragt, aber das kann ich doch so nicht machen. Was, wenn das scheiße ist und so, ne? Und er hat halt die ganze Zeit gesagt, naja, aber was hast du zu verlieren? Probier's halt einfach aus. Und das ist eigentlich so ein Mindset, das denke ich, Leute, die schon recht viel Fame haben, die können das nicht mehr haben, weil die denken, wenn ich jetzt was ausprobiert Genau, deswegen, ich finde, wenn du richtig unten stehst, dich kein Schwein kennt und du selber nicht weißt, ob es das Richtige für dich ist, bist du in der besten Ausgangssituation, die es gibt. Du kannst von dort nicht failen, also kannst du nur gewinnen und selbst, selbst wenn du am Ende checkst, es war nichts für mich, hast du gewonnen, weil du eine Sache auf deiner Liste abhacken kannst. Ja, ich glaube, das macht auch am meisten Bock so die Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, wenn ich größer werde und mehr mache, dass mir mehr Bock macht als jetzt. Jetzt macht's grad voll Spaß. Nee, jetzt ist, jetzt ist Peak bei dir, ich schwör's dir. Das ist bei mir genauso. Ich hab auch, sag auch immer, das vor drei Jahren, das war das Krasseste. Also das für mich, ich war ja auch schon mal gut bekannt mit German Creepypasta und auch im Musikbereich. Für mich war die geilste Zeit nicht, als es geklappt hat, sondern als ich wusste, es klappt bald. So weißt du, so dieses Kitzeln, was du hast, wenn du weißt, jetzt bald, jetzt so bald. Das ist, das ist der Moment, auf den du eigentlich, und das ist nämlich, das ist auch der, dafür, dafür kannst du eigentlich ein bisschen große Influencer und YouTuber ein bisschen bemitleiden, weil dieses Gefühl werden die nie wieder haben. Und das hast du, das hast du einmal und das ist, das wird keiner jemals wieder haben, weil, das kannst du nur einmal haben. Digga, das versuchen sich aber viele wieder zu nehmen, so ne? Ja, indem sie dann andere Accounts machen oder so. Andere Accounts. Generell ist, finde ich so ein bisschen, also, erstens, also die Awareness fehlt voll krass dafür, wie scheiße es eigentlich ist, viel Geld zu haben und wie scheiße es eigentlich ist, erfolgreich zu sein, weil das ist. Dir erklärt ja auch keiner, dass du Steuern zahlen musst und so eine Kacke, Digga. Das kann dich einfach komplett weghauen. Also, also, da gibt's, da gibt's sehr, sehr viele Sachen, die wirklich unangenehm sind und die, die, die dich wirklich quasi fühlen lassen, als wärst du in so einem Käfig. So, Digga, ich, ich war nicht reich, ich kenn das gar nicht, aber ich kann's mir sehr gut vorstellen. Also, der Fakt ist, Geld ist geil, aber der andere Fakt ist, Geld als Motivation ist das Waxste, was man machen kann. Ja, und das... Weil selbst, genau, selbst wenn du mit dieser Motivation schaffst, Geld zu bekommen, dann bist du am Ende da und hast es. Ah, und dann, Bro, und dann, wofür willst du dein Geld ausgeben? Für irgendwelche Luxusmarken, damit du angeben kannst, damit du sagen kannst, hey, guck mal, ich hab Geld. Oder willst du dir von vornherein, hast du einen Traum und darauf willst du hinarbeiten? Ja. Bro, das ist kein Vergleich zu Geld. Und je mehr du hast, desto abhängiger bist du halt von dem ganzen Scheiß. Du kaufst dir Abhängigkeit. Was meinst du? Würde das klappen, wenn ich jetzt anfange, Content zu machen? Ja. Mit der einzigen Motivation, ich will damit Fame haben und Geld. Ja, würde klappen. Würde das funktionieren? Würde funktionieren. Ich glaube auch. Ich glaube sogar sehr schnell. Ich höre immer von sehr vielen Influencern, die auch schon bekannt sind oder so, dass die sagen, wenn du das nicht mit der Motivation machst, dass du es gerne machst, sondern nur mit der Geldmotivation, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Nee, es ist nicht zum Scheitern verurteilt. Es wird ein Job. Aber es ist nur so, dass es dich unfassbar unglücklich macht und du wirst irgendwann dich unfassbar unglücklich fühlen. Und entweder du bist halt so ein bisschen psychopathisch oder soziopathisch und du kannst das wirklich abschalten oder du kriegst halt wirklich krasse Existenzprobleme oder Ängste oder Burnout oder Depressionen, weil du dagegen deinen Körperwillen handelst. Du handelst quasi aus einem Prinzip der Gesellschaft. Du handelst daraus, einen Wunsch zu erfüllen, den andere haben, aber dein eigener Wunsch ist dir gar nicht bewusst. Wie ein normaler Job eigentlich. Du machst was, was du nicht machen willst, aber das Geld stimmt, deswegen machst du es so quasi. Also theoretisch ist es nicht nur der Fall von Selbstständigkeit, dass dir sowas passiert. Das kann dir auch als ganz normaler Typ, wenn du sagst, ey, ich mach den Job jetzt, ich hasse das acht Stunden lang, aber ich bekomme 4000 am Ende des Monats, dann stimmt auch was nicht. Und ich werde da niemals stehen und sagen, ey, aber Props, dass du 4000 Euro im Monat machst. Ich werde mir sagen, Digga, du tust mir leid, weil das Einzige, was du durch deine Arbeit hast und die Arbeit kann was ganz Tolles sein, ist das Geld und das ist nix. Ja, und die Kombination aus dem, dass du es nur für Geld machst und es selbstständig machst, wird es ja nochmal ganz anders verändern, weil wir haben ja vorhin drüber geredet, dass du dann nicht einschätzen kannst, wann vorbei ist. In der normalen Arbeit hast du nach acht Stunden Schluss, aber wenn du quasi so ein Mensch bist, der das nur startet für Fame und Kohle, dann hörst du auch nicht nach acht Stunden auf, sondern dann sagen dir diese Zahlen, mach weiter oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann... Digga, wir können doch mal kurz Facts bitten und ich werde euch jetzt beiden mal eine Frage stellen und ihr könnt die mal komplett ehrlich den Leuten hier beantworten. Einmal, Ontan, wie viele Videos insgesamt hast du schon gemacht mit TikToks zusammen? Was würdest du sagen? Boah, geschätzt? Ich finde es voll schwer einzuschätzen. Alter, mit TikToks zusammen, Bro? Mit TikToks zusammen. Ganz schwer einzuschätzen, aber ich glaube... Sind das dreistellig? Ja, safe, oder? Ich glaube, ich habe bestimmt schon 600 Videos gemacht mit TikTok. Ich habe manchmal drei Videos am Tag gemacht. Guck mal, die gehen sogar fast auf die tausend zu. Und jetzt die andere Frage. Das hast du alles gemacht, das hat alles Zeit gekostet. Nicht nur das Video aufzunehmen, sondern auch das, was du sagst überhaupt, dass es Hand und Fuß hat. Das hat alles Zeit gekostet. Jetzt sag mal, wie viel Geld verdienst du damit? Also ich habe jetzt insgesamt... Das ist nichts, das ist ein Furz. Das mache ich an einem Wochenende mit meiner normalen Arbeit. Das ist vielleicht 500 Euro oder so. Aber guck mal, 500 Euro, aber du hast wahrscheinlich auf die Zeit berechnet so viel gearbeitet, wie als würdest du jetzt drei Monate durcharbeiten oder einen Job sein oder sowas. Genau, also Stundenlohn ist das katastrophal, unmöglich. Genau, und das ist das, Leute, wo ich sage, wir können das ja nochmal bei Oro machen. Wie viele Videos hast du jetzt gemacht, was würdest du sagen und wie viel verdienst du damit? Jetzt mit Mangas oder in meinem ganzen Leben? Ja, du kannst auch auf das ganze Ding so... Bro, in meinem ganzen Leben, seit ich Videos mache, ich mache Videos seit 2009 aktiv. Dann sag das nur von den Manga, weil damals hast du ja bestimmt noch ein bisschen Geld gemacht auch damit. Auch nicht, das war es nicht wert. Aber auf jeden Fall, Manga, so guck mal, ich gucke hier einfach direkt drauf. Mein Hauptkanal hat 90 Videos. Der Highlight-Kanal, da mache ich ja nicht wirklich was, aber ich streame ja. Dadurch entsteht die Highlight. Er hat jetzt gerade 30 Videos. So, das sind 120 YouTube-Videos und TikToks sind es bestimmt um die 300. Guck mal, sind wir auch fast auf 500. Und was würdest du sagen, was hast du da verdient? Ist das dreistellig, ist das vierstellig? Weil, wenn man das in Arbeit... Seit ich das mache oder was ich so... Ja, Digga, so wichtig ist es nicht. Also so ungefähr. Ja, guck mal, genau, da, da steht. Darf ich vorlesen? Ja, ja, mach. Letzte 28, die letzten Monate 100 Euro. So, also 117 steht da. 117. Und das ist die Sache, Leute, wo ich euch sage, ihr habt hier original zwei Leute sitzen, also ich nehme mich da jetzt mal komplett raus, weil meine Sache ist gerade ein bisschen anders noch, aber bei euch beiden, ihr habt hier zwei Leute sitzen, die machen das rein aus, ich habe Bock drauf. Das ist meine Leidenschaft, mein Hobby und ich will das mit Leuten teilen und wenn ihr diese Motivation habt, dann kommt ihr, egal, auch wenn ihr dann am Ende des Tages nur 100 Euro damit gemacht habt oder 500 Euro, kommt ihr definitiv weiter, als wenn ihr sagt, ich will jetzt Fame werden oder ich möchte jetzt berühmt werden oder reich. Ja, safe. Es wird euch nichts bringen und das werden auch Leute um euch rum merken. Leute, die nur die Motivation hatten, die sind alle irgendeinem Punkt gescheitert, weil sie auf einmal, weil die Leute es gecheckt haben oder weil sie es selbst gecheckt haben. Es bringt also nichts, die Motivation zu haben, berühmt zu sein durch die Sache. Das ist, worüber wir vorhin geredet haben, das kann eine Superkraft sein, aber das kann auch ein Fluch sein, so diese ganze Internetscheiß und so, dass du, weil im Prinzip... Aber lieber steckt diesen L ein, dass man vielleicht für die Arbeit, die man macht, nicht das wirklich zurückbekommt, aber du bist das, was du bist. Ja, safe. Du bist du selbst, so. Und das ist viel geiler, als zu sagen, ja, jetzt kommt hier was rein, aber ich muss mich halt für jedes Mal vor die Kamera setzen und eine Rolle spielen. Ja, der Punkt ist ja auch der, dass es gibt ja Leute, die wollen einfach so unbedingt bekannt sein. Es geht nicht mal um Anerkennung, also Fame-Anerkennung, es geht um Bekanntsein, dass denen auch negative Bekanntheit recht ist. Ach so, ja, klar. Hauptsache, sie stehen irgendwie mitgekommen. Ja, 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 Hauptsache, sie kriegen Aufmerksamkeit. Das ist halt, das ist ja auch ein erfolgreiches YouTuber-Konzept, jetzt nicht irgendwie kein Front an dieser Stelle, aber beispielsweise Tanzverbot ist auch so bekannt geworden. Ja, das stimmt. Es geht nur darum, bekannt zu werden, indem er Trash labert und Leute irgendwie, und Drachenlord, so weißt du, okay, der hat wahrscheinlich die Motivation tatsächlich nicht deswegen bekannt zu sein, aber es ist halt nicht passiert. So, es gibt Leute, denen geht ihre, stellt euch das mal vor, das Krasseste, was ein Mensch hat, womit jeder Mensch geboren wird, um was es gilt zu schützen und Grundgesetz, ist die Menschenwürde. Und es gibt Menschen, denen ist ihre Menschenwürde so wenig wert, wenn sie dafür nur bekannt sind, das ist absurd. Da fragst du dich, was muss kompensiert werden? Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin mit den MCs, die eigentlich gute Intentionen haben, aber falsche Entscheidungen treffen und so, wenn sie gut geschrieben sind. Und das ist ja auch so. Haben wir von Anfang an geplant, wir sind wie Oder. Nee, wir sind wie Eisen. Das ist ja auch so, dass du eigentlich zum Beispiel jetzt, nur als Beispiel YouTube oder TikTok anfängst aus Spaß, weil du irgendwas zu erzählen hast, weil du irgendwas zu zeigen hast, weil du passioniert irgendwas mit den Menschen teilen willst. Jeder fängt eigentlich so an und dann driftest du halt entweder in eine Richtung, wo du es quasi zu einer Geldsache machst oder zu einer Qual machst oder du bleibst halt in dieser Lane oder du findest irgendwo einen Zwischenweg oder so. Das ist ja auch so eine Sache. Das macht ja keiner mit Absicht, dass er updriftet und irgendwie plötzlich diese Zahlen den Kopf verwirren. Nee, nee, das macht doch keiner mit Absicht. Genau, das passiert einfach. Keiner macht das mit Absicht. Das passiert, weil du denkst, das ist der richtige Weg. Und deswegen ist alles eine Perspektivenauslegung. Alles ist perspektivisch. Und der eine kann das sehen. Das hattest du doch letztens in der Story. Zwei Leute stehen vor einem Berg. Der eine sieht die Seite, der andere sieht die Seite. Aber was beide nicht sehen, ist das, was oben drauf ist. Ja. Zum Beispiel. Also es gibt so viele Perspektiven. Und es geht so ein bisschen. Wenn du ein krasser Mensch bist, sage ich ganz ehrlich, das macht einen krassen Menschen für mich aus, dann schaffst du es aus deiner Perspektive sogar ein bisschen rauszugehen und die anderen Perspektiven zu betrachten, um eine gute Meinung abzuschätzen. Dann bist du für mich ein krasser Mensch. Das ist ja auch der Grund, warum Leute zum Therapeuten gehen. Beispielsweise Paartherapie oder so. Du hast eine Meinung, deine Partnerin hat eine Meinung, aber ihr beide seht nicht die dritte Meinung. Genau. Deswegen geht ihr zum Paartherapie. Das ist ja auch, warum man Freunde um Rat fragt. Zum Beispiel. Weil die eine ganz andere Sicht auf diese Sache nochmal bringen. Das ist ein richtig geiler Talk geworden. Einfach wir haben 80 Themen gehabt. Und das jetzt wieder in Manga zu bringen. Umso mehr Manga du liest, umso mehr Perspektiven bekommst du. Und dann sagst du am Ende nicht mehr, dass Black Clover goated ist. Hey, geil. Geiles Fazit, Alter. Wollen wir, habt ihr jetzt spontan, weil ich dachte mir, vielleicht führen wir das jetzt mal ein, weil wir wollten es schon länger machen. Wollen wir jetzt zum Ende mal ein Medienbuch-Musikempfehlung raushauen, was wir den Leuten sagen. Habt ihr irgendwas gerade? Klingt cool. Ja, und dann fang gern an. Hast du was? Boah, Kingdom, Alter. Lest Kingdom, weil Kingdom ist echt unfassbar gut. Und ich würde voll gern Videos dazu machen. Aber für die drei Leute in Deutschland, die Kingdom gelesen haben... Das ist auch mein Problem, Digga. Ich denke mir immer voll oft, lohnt sich nicht. Ja, so Chapter-Reviews und so. Bei dem meisten Scheiß geht's halt nicht. Es geht eigentlich nur bei den Sachen, die halt nicht so krass sind, find ich. Oder wo halt schon tausend Leute es machen. Aber, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Kingdom, ich werde mit Sicherheit eine Menge in Zukunft drüber reden. Deswegen, lest Kingdom. Okay, also bei mir, Manga-technische Empfehlung, auf jeden Fall Homunculus. Oh, doch. Ich liebe dieses Werk. Ich liebe den Protagonisten. Das ist geil, Mann. Es ist so gut geschrieben. Es gefällt mir alles da dran. Der erste Band, und das ist... Ich liebe es, wenn ein erster Band alles für mich hat, was ich brauche. Und das war bei Homunculus so. Ja, Mann. Und Song, würde ich sagen, ich höre den ganzen Tag Friesenjung. Kennst du... Habt ihr den Song schon gehört? Oh, nein. Ja, genau. Und mit Otto Walkes, Bruder, das ist so geil. Ich schwöre dir, am Anfang, ich hab schon auf TikTok geahnt, das wird jetzt wieder voll überused. Aber das ist richtig geil. Das ist ein richtiger Banger. Ja. Ich empfehle euch, lest Gipfel der Götter. Bruder, du sollst eine aktuelle. Lest Gipfel der Götter? Das ist deine allgemeine. Das ist meine... Ja, das ist allgemein und aktuell. Okay, aktuell. Ich lese gerade Akira. Das ist zwar auch alt, aber das würde ich jedem empfehlen, dass man nachzuholen, weil das ist ein Stück Bildung, was mir auch gefehlt hat. Oder guck den Film. Der ist auch ein Stück Animationsgeschichte. Und Musik. Ich höre die ganze Zeit auf der Autofahrt hierher nach Köln, um die Xenba Serg 41 zu bringen, habe ich den neuen Song von Raph und Crow gehört, dieses bei Nacht. Das ist ein ganz cooler Track. Du hast mir eben angedeutet, dass du das neue Peter-Fox-Tape nicht so geil fandest. Nee, das habe ich gestern gehört. Das fand ich nicht so geil. Fandest du nicht so geil? Nee. Aber die Singles, die rausgekommen sind? Die waren geil. Aber der Rest hat ja nicht so gestimmt. Richtig. Fühle ich aber auch ein bisschen. Ja. Ich fand, der Rest war... Die erste Single war crazy, man. Die erste Single war die krasseste, das ist auch das Outro. Boah, ich muss sagen, weiße Fahnen finde ich noch heftiger. Ja, weiße Fahnen fand ich vom Miene her auch noch geiler, aber ich fand, die anderen Songs, die auf dem Tape waren, die konnten nicht mit den Singles mithalten. Ich habe ja einen noch gehabt und das war für mich Tough Cookie. Der war nämlich so ein bisschen wie Schüttel deinen Speck, aber besser. Das hat noch kein Mensch gehört. Oh, das fühle ich gar nicht. Schüttel deinen Speck. Schüttel deinen Speck habe ich auch nicht gefühlt, aber das war... Für mich ist Tough Cookie das einfach... Digga, was? Warum hat jeder Song 3000 Views? Ja, weil das keine gefakten Zahlen sind. Holy Shit. Das Ding ist... Ey Peter, wenn du reden willst... Keiner hat halt auch auf dem Schirm, dass dieses Album gekommen ist. Und man muss aber auch fairerweise sagen, dass der Mann gar kein geiles Album machen konnte, weil Stadt Affe halt eins der besten Alben überhaupt ist. Und du konntest da gar nicht wieder rankommen. Ja, doch, aber guck mal, er bringt ja den Afropop, bringt er ja nach Deutschland einmal. Das ist ja schon mal ein uniques Genre. Ich kenne keinen anderen deutschen Artist, der das so macht. So mit den... Ja, ja. Und ich finde, das ist schon eine der größten Legenden, die in der deutschen Mocke... Safe, aber ich persönlich sage, er hätte einfach ein paar coole Singles lesen sollen. Es hätte kein zweites Album sein müssen. Das ist so mein Gefühl. Ich glaube, er macht sowieso die Kohle durch Radio, oder? Würde ich mal behaupten. Yo, Safe. Ja, der hat eh schon ausgesorgt durch Haus am See. Durch Haus am See. Und er hat ja auch noch seine Seed-Band gehabt. Aber schon trotzdem komisch irgendwie, wie wenig das Album promotet wurde im Vergleich zu den Singles. Ja, der hat ja auch einfach gepostet, komm in drei Wochen und dann kam nie wieder was. Vielleicht wollte ich das mal testen, weil das Ding ist, weißt du, was manche Artists machen, wenn sie nur ein Album gemacht hat und ganz lange verschwinden? Die droppen so ein Ding hier. Wie viele Songs hat das? Das hat nicht viele. 15. Nee, 11. 11. So, und jetzt pass auf, was kommt jetzt? Es kommt wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr noch ein neues Album. Nee, nee, er hat Rammstein. Ich habe gestern ein Interview mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, dass er gar kein Album machen wollte. Okay. Und dass er auch keins mehr machen wird, weil ursprünglich wollte er ein Kollabo-Album machen mit Trettmann. Und fast alle diese Songs sind Skizzen mit Trettmann gewesen und es ging halt dann nicht. Und dann hat er sie halt allein fertig gemacht, dann war das Album fertig. Oh, das ist ganz spannend vielleicht zu wissen. Oh, das ist traurig, Alter. Mit Kitschkrieg vielleicht sogar, ne? Deswegen hat er das wahrscheinlich auch nicht beworben, Alter. Aber Zukunft Pink hat abgerissen. Okay, ich denke, das ist vielleicht für ein anderes, vielleicht machen wir mal eine Peter-Fox-Folge. Oder eine Deutschrap in den frühen 2000ern, 90ern-Folge. Ja, eine Deutschrap-Folge wäre ganz toll. Oder eine generell Deutschrap-Folge, da können wir die ganze Zeit drüber labern, weil ich glaube, da sind wir alle unterschiedlich. Oh, das wäre geil. Oder generell eine Musik-Folge. Wir haben so viel schon versprochen. Ja, man. Eine Cancel-Tilo-Folge. Ja, okay, Leute. Wollt ihr noch was sagen? Ich würde sagen, sonst jetzt von meiner Seite aus Tschüss. Ja, man. Ja. Haut rein und lebt euren Traum. Ja, man. Denn er wird wahr. So ein Ding. Vielen Dank.